AEW-Drama eine Woche vor All-In, neuer Backstage-Kracht, Tag-Team-Champion Cash-Wheeler verhaftet und nicht alle Fans sind zufrieden mit der Card. Außerdem Jey Usos WWE-Exit, wohin führt die Story noch? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Wir melden uns zurück mit einer sommerlichen Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi, freue mich sehr, dass ihr diese Woche mit dabei seid bei lauen und schwülen Umständen. Es geht ja eine ganze Menge ab, allen voran natürlich AEW All-In, danach haben wir eine Woche später WWE Payback, für die, die es gar nicht wissen. Da gibt es aber auch noch gar nicht viel zu einer handfesten Card zu berichten. Das gleiche trifft auch auf AEW All-Out zu und das findet ja dann einen Tag später statt. Also drei Pay-Per-Views in gut einer Woche, es wird sportlich und wir sind natürlich für euch ganz nah dran und sprechen über eure Top-Themen der vergangenen Woche, blicken zurück und voraus und an meiner Seite um. Genau das zu tun ist heute Sport1-Journalist Martin Hoffmann, der ja auch gerade bei AEW versiert und scharfsinnig draufschaut und analysiert und heute seine Analysen mit uns teilen wird aus dem Umzugschaos, wie ich mir habe sagen lassen. Martin, grüß dich. Genau, servus. Hi Tobi, schön mal wieder dabei zu sein, ist glaube ich schon wieder eine Weile her, aber umso schöner, dass wir jetzt gerade vor so einem wichtigen Anlass wieder zusammenkommen. So sieht das auch. Auch on Air möchte ich mich nochmal dafür bedanken. Der Martin hat wirklich einiges möglich machen müssen, um diese Aufnahme heute so mit mir durchgehen oder anstehen lassen zu können. Da freue ich mich sehr und deswegen wollen wir da auch natürlich das Beste draus machen. Da kommt schon eine fast erschlagende Wrestling-Welle jetzt auf uns zu, die nächsten zwei Wochen, oder? Also All-In, All-Out, dann WWE Payback, WrestleMania-Verkauf ist jetzt angelaufen, dann ist da so ein Edge, dessen Vertrag vermeintlich ausläuft, eine Grand-Slam-Show von AEW ist dann auch noch. Also langweilig ist jetzt anders für die nächsten Wochen, würde ich sagen. Ja, und dann kommt noch ab und zu was von außen so reingegrenscht, was nichts mit Wrestling eigentlich zu tun hat, womit wir ja anfangen, habe ich mir sagen lassen, ja. Ja, also das ist tatsächlich ein wilder Topf, den wir heute auch hier wieder für euch zusammengestellt haben, aber wir gehen einfach mal rein in die Ausgabe, werden natürlich auch nachher wieder eure Hörerfragen beantworten, die ihr stellen konntet unter patreon.com slash spotfightpodcast oder als Kanalmitglied direkt auf YouTube. Und, ja, wollen wir keine Zeit weiter verschwenden und gehen rein in das Top-Thema der Woche, wo wir in erster Linie, glaube ich, einfach ein bisschen klarstellen müssen, Martin, wo wir auch ein bisschen, ich weiß nicht, aufklären müssen und so ein paar, ja, Einordnungen vornehmen müssen. Es geht um Cash Wheeler. Das ist euer Top-Thema. Ich würde erst mal ganz kurz schildern, was ist passiert und warum reden wir überhaupt darüber. Freitag morgen selbst kam das heraus und zwar ist Cash Wheeler verhaftet worden, hat sich selbst der Polizei gestellt. Hintergrund war ein Vorfall am 27. Juli, also das ist dann jetzt schon fast einen Monat her. Und am 28. Juli gab es aufgrund dieses Vorfalls eine Anklage. Wenige Tage später wurde über den Anwalt von Wheeler, wurde auf nicht schuldig plädiert und dann hat er sich, wie gesagt, selbst am Freitagmorgen, 18. August gestellt und wurde in U-Haft genommen. Der Vorwurf, Androhung schwerer Körperverletzung mit einer Schusswaffe, der Vorfall laut eidesstattlicher Erklärung des Opfers. Und zwar ist das Opfer auf dem Highway gefahren, bis dann eben ein Jeep ihn, ja, auch überholt hat und Schlangenlinien gefahren ist und gedrängt hat und die ganze Zeit ausgeschert ist und gehupt hat. Und das Opfer selbst ist dann nach rechts gefahren, um den vorbeizulassen. Und Wheeler soll dann auf Höhe Geschwindigkeit gehalten haben und mit einer Schusswaffe auf das Opfer gezeigt haben. Das Opfer beschrieb Todesangst gehabt zu haben und ließ sich hinter das Auto von Wheeler zurückfallen. Der Anwalt von Cash Wheeler hat die Kaution auf 2500 Dollar angesetzt. Das Gericht hat dem auch stattgegeben. Wheeler muss zwölf Stunden nach Freilassung aus U-Haft alle Schusswaffen, die er besitzt, abgeben. Die Untersuchungen laufen weiter und Wheeler ist nicht vorbestraft. Deswegen auch die verhältnismäßig geringe Kaution. Das ist die aktuelle Lage, das ist die Anklage. Es gibt keine Verurteilung, irgendwas dergleichen. Martin, erstmal bis hierhin. Das kam aus dem Nichts, um nicht zu sagen, aus dem gar Nichts am Freitagmorgen. Richtig, ja. Es soll ja auch intern überrascht haben, zumindest für diejenigen, die nicht mit dem, also zumindest für alle außer Cash Wheeler, was sozusagen die Geschichte in der Geschichte ist oder die Geschichte nach der Geschichte. Was ja viele Fragen in verschiedenen Richtungen aufwirft, in Richtung von wer wusste wann was. Und ja, hat man da, hat da Cash Wheeler gedacht, versuche ich mal das auszusitzen? Hat da AEW die höchste Stelle, die es da gibt, nämlich Toni Kahn, versucht das auszusitzen? Ja, das sind die Fragen, die sich stellen und das sind natürlich durchaus heikle Fragen. Genau, weil was wusste AEW uns seit wann? Diese Berichte gab es dann am späten Freitagabend deutscher Zeit, dass viele hohe Offizielle bei AEW gar nichts davon gewusst haben sollen. Dabei war der Vorfall, das muss man auch ganz klar sagen, jetzt keiner, der sich ganz kurzfristig ereignet hat, sondern wir reden von etwas, was drei, vier Wochen dann schon her ist. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen überlegen. Also skizziere uns doch mal vielleicht die beiden Fälle. Angenommen, Cash Wheeler hat AEW nichts erzählt und wurde aber trotzdem weiter eingesetzt, das wäre ja Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei, Cash hat das AEW erzählt und wurde im TV jetzt weiter eingesetzt. Es gab ja jetzt zum Beispiel auch in der aktuellen Collision-Ausgabe, nach dem Vorfall, hat man ja weiter auch das Match mit den Young Bucks promotet. Wo wir ja gleich noch drüber reden, wird das stattfinden, wird das nicht stattfinden. Aber was würden diese beiden Fälle bedeuten? Cash hat es erzählt oder Cash hat es gar keinem erzählt? Ja, Cash hat es Szenario, Cash hat es gar keinem erzählt, ist, ja, schlechtes Urteilvermögen von Cash Wheeler's Seite aus wäre das. Also das ist ja, wir reden jetzt über einen Bericht von House of Wrestling von Nick Haussmann, aber der, wie vielleicht diejenigen, die immer nach der Quellenlage berichten, Nick Haussmann ist ja ein durchaus profilierter Journalist, der nachfragt und gut vernetzt ist. Er ist ja auch beim Thema, siehe bei dem Themengebiet, siehe im Punk immer sehr weit vorne dabei und ich meine, das ist ja auch nah, da ist ja der Kreis von FTR, von Cash Wheeler und Dax Howard sehr nah dran. Also von daher, ja, ist er bei dem Thema auch gut vernetzt und von daher, ja, zweifle ich mal nicht daran, dass es stimmt, dass da auf jeden Fall gewichtige Leute überrascht davon waren und nichts davon mitbekommen hatten. Es war, und das ist, glaube ich, die Präzisierung ist wichtig, es war nicht die Rede davon, dass Tony Khan nichts davon wusste, das ist im Unklaren. Ja, ja, es gibt Mutmaßungen in die Richtung, dass auch er davon überrascht worden ist, ähm, genau. Ja, äh, das wäre Szenario 1. Szenario 2, wenn Tony Khan da mit im Boot war und was, äh, und, ähm, also wenn das rauskommt, oh, das ist ein kleines Skandälchen, muss man so sagen, ja. Also dann ist das kein, in kein Fall Cash Wheeler, dann ist es ein Fall AEW, ein Fall Tony Khan, ähm, ja, da sieht man nicht gut dabei aus, ja. Also, je nachdem, wann das Prozedere, wann welches Prozedere klar war, also wenn quasi dem, äh, höchsten Boss der Liga klar, äh, klar gewesen war, okay, kurz vor, acht Wochen vor, acht Tage vor, äh, All-In kommt so eine Sache heraus, ja, das wäre doof. Aber es ist auch schon wieder so doof, dass ich mir fast vorstellen kann, dass ich mir eigentlich kaum glaube, dass das so sein kann, weil, äh, also so schlecht ist, so in der, in solchen, bei solchen Themen, äh, habe ich bei Tony Khan ein schlechtes, oder Vermögen da so noch nicht gesehen, also, wenn man mal zum Beispiel zurückdenkt, der Umgang mit Ric Flair, der ja auf dem Sprung, Sprung eigentlich schon zu AEW war, und dann kam diese Sache heraus, die es zu keiner guten Idee mehr gemacht hätte, dass er zu AEW zu diesem Zeitpunkt gekommen wäre, und, ähm, ja, da, Tony Khan ist ja immer ein Mysterium, er ist ja ein großer Fan des Schweigens und des Nicht-Kommentierens, ähm, und, äh, das ist manchmal gar nicht so verkehrt, also, jetzt in solchen Fallen, Fällen, wo halt auch noch vieles im Unklaren ist, wo noch nicht alle Hinterkünde bekannt sind, ja, wir haben hier eine Aussage vom Opfer, aber, ähm, wie die andere Seite aussieht, das wissen wir ja auch eigentlich überhaupt gar nicht, das Plädoyer Nicht-Schuldig lässt ja darauf schließen, dass, äh, Cash Wheeler sich als unschuldig sieht, aus welchem Grund auch immer, ähm, und von daher, ähm, aber ausführlich hat er seine Seite der Geschichte ja nicht erzählt, und von daher, ja, gut, geht man halt mit einer Ungewissheit dann jetzt in diesem Event hinein, ja. Ja, wenn, wenn AEW, wenn AEW was davon wusste, kann man jetzt überlegen, ähm, inwiefern man vielleicht sogar sich mit Cash abgesprochen hat, inwiefern man gesagt hat, strategisch ist es sinnvoll, dass er sich zum Beispiel selber stellt, ob man sich dadurch schnelleres Verfahren erhofft, eine Strafminderung, aber, halt, das ist auch schon wieder sehr spekulativ, aber wenn AEW es wusste und er wissentlich im TV weiter eingesetzt wird und ja jetzt auch bei Collision, muss man ja auch sagen, zumindest hat es ja nicht zu einer Kursänderung geführt, was dann auch wieder... Nein, gar nicht, und, äh, nein, gar nicht, und, ähm, es ist ja eigentlich, also, schon das Statement, also ich meine, als, äh, als Journalist, der jetzt auch schon seit, äh, 15, äh, seit mehr als 15 Jahren, seit bald 20 Jahren nicht nur das Thema AEW im Auge hat, sondern generell, äh, den Sport und auch juristische Fälle, gerade im US-Sport, ist da ja öfters mal was los in die Richtung, äh, kann man solche Statements ja schon, lesen, und in dem Moment, wo dieses Statement raus war, von wegen, wir beobachten diese Situation sehr genau, Cash Wheeler kooperiert vollumfänglich mit den Behörden. Also, für diejenigen, die solche PR-Sprache nicht, äh, gut lesen können, übersetzt heißt das so viel wie, ja, wir schauen, dass wir es aussitzen. Mhm. Und, äh, so weitermachen wie bisher, wenn jetzt nichts, wenn jetzt nicht noch weiter was dazwischen kommt, was das noch doofer für uns machen würde. Ja, und, äh, so schätze ich die Lage auch ein. Dieses Match wird steigen, wenn nicht, äh, aber das würde mich jetzt auch überraschen, weil eigentlich sieht die Lage für mich jetzt vorerst mal geklärt aus, ähm, ja, aber, ja, es liegt ein Schatten drüber. Also, kann man nicht drum rumreden. Auf jeden Fall, also, auch nochmal, um vielleicht kurz die Seite zu beleuchten, AW wusste nichts davon, muss man halt dann auch sagen, okay, Cash Wheeler, äh, weiß, dass dort eine Anklage gegen ihn im Raum ist, aber das ist ja auch ein eklatanter Vertrauensbruch, finde ich dann, wenn du damit nicht zu deinem Arbeitgeber gehst, vor so einem Event wie All-In, weil wenn das dann, ja, wenn sich dann herausstellt, irgendwie, da läuft schon seit einem Monat was und AW hätte schon seit einem Monat reagieren können. Auch das ist aber dann Spekulation, wie gesagt, AW weiß es jetzt und man macht weiter wie bisher. Wir haben jetzt bei Collision ein Video gesehen, wir werden bei Dynamite, ähm, sehen, dass, äh, dass es dort ein Face-to-Face-Interview gibt und die große Frage, natürlich, wir haben es jetzt auch schon angeschnitten von Fans, was heißt das für All-In? Findet das Match statt? MJF hat einen Tweet gepostet, äh, noch an dem Tag, an dem das passiert ist und meinte, furchtbar, wie schnell die Leute Schlussfolgerungen ziehen, jeder von uns macht Fehler und er hat betont, FTA gegen Young Bucks im Wembley wird stattfinden. So, du entscheidest das ja nicht MJF, sondern die zuständigen Behörden und Tony Khan, äh, und Tony Khan hat zumindest jetzt bei Collision nicht das Signal gegeben, dass das nicht so passiert. Wichtig auch noch für den Hintergrund, die Reisepapiere wurden Cash Wheeler nicht entzogen, das heißt, er kann weiter uneingeschränkt ausreisen, so, und da ist jetzt zum Beispiel eine Sache, bei der habe ich, und ich habe viel jetzt auch nachgeschaut und mir konnte es keiner so hundertprozentig beantworten. Ich kann dir nicht einhundertprozentig sagen, aber das wüsste man ja dann jetzt, ähm, wie es mit der Einreise ins UK ist, wenn gegen dich eine Verhandlung oder eine Untersuchung läuft wegen einer Straftat dritten Grades, die es ja in, ähm, im Orange County in Florida ist, dieser Fall, Androhung von schwerer Körperverletzung mit einer, mit einer Schusswaffe, das, also ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass die Einreise... Vielleicht auch mal, vielleicht auch mal zur, äh, zur Erklärung für diejenigen, die sich fragen, also dritten Grades heißt in dem Fall die niedrigste Stufe. Nicht die höchste Stufe, sondern die niedrigste Stufe. Erste Stufe wäre ganz, ganz schlimm. Zweite Stufe ist mittelschwer. Dritte Stufe ist sozusagen das höchste, was als Felony gilt, also als Verbrechen, aber und keine Ordnungswidrigkeit mehr. Genau, genau. Gut so ist, äh, denn ich, äh, so eine Bedrohung mit einer Waffe ist, auch wenn ich da, auch wenn das, äh, wie, 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 Google mir verrät, gar nicht so selten ist in Amerika, also das ist, da ist einfach die Waffenkultur, also es gibt, es gibt ja eh diesen Running Gag, google, google das Wort Florida Man und, äh, ja, gibt da einen Geburtstag als, also wenn du, also es gibt irgendwie so analoge Fälle zu Cash Wheeler, äh, äh, gibt es, gibt es, äh, gab es zigfache, zigfache in den vergangenen, ähm, Wochen und Monaten in Florida, allein, allein in Florida und in anderen Staaten ist ja, äh, ist ja die, das Verhalten so ähnlich. So ein bisschen wie Falschparken hier. Ist bei denen halt scheinbar, dass... Kann man so sagen, ne, das Brötchen, die Brötchentaste, äh, 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 ja, ist hier die Brötchentaste. Aber, aber, aber hilf uns, hilf uns noch mal, hilf uns trotzdem noch mal, ähm, weiter, kannst du dir vorstellen, dass die Einreise trotzdem irgendwie noch zum Problem wird, weil, also, man muss ja, meines Wissens nach, du musst ja schon irgendwie eine Anfrage, glaube ich, im Voraus stellen. Das ist, das ist auch, äh, interessant, ähm, aber ich glaube, ich glaube, da gibt es keine, gibt es keine Faustregel, anscheinend es mir keine Faustregel zu geben, weil auf jeden Fall, äh, haben sich mit diesem, Thema viele kluge und, äh, auch schon, also jetzt nicht nur Wrestling-Medien, sondern auch Newsweek oder so, haben das ja auch auf dem Zettel und, äh, ja, keiner hat's, keiner hat's rausfinden können. Ich hab, ich hab, von einem, von einem Juristen tatsächlich, hab ich einen Text gelesen, und zwar von einer Wrestling-Journalistin, die wohl auch, äh, justizwissenschaftlich, äh, unterwegs ist. Ihr Vater ist, ähm, ist Anwalt und, äh, sie hat quasi ein Statement von ihm oder eine Nachricht von ihm gepostet, und zwar hätte er geraten, dass, ähm, bei der Anhörung am Freitag, 13 Uhr Ortszeit, als Cash Wheelers Kaution auch noch mal bestätigt worden ist, hätte der Anwalt gesagt, dass, ähm, nochmal klar geregelt werden sollte, dass die, dass die Arbeit im Ausland, konkret auch im UK, dass das geregelt ist, äh, und dass das vom Gericht stattgegeben wird, weil es sein kann, so habe ich das interpretiert, nagelt mich nicht drauf fest, ich bin kein Justiz-Experte, ähm, weil es sein kann, dass das bei der Einreise noch ein Thema wird, ähm, ich weiß nicht, inwiefern das in irgendwelchen Systemen hinterlegt ist oder nicht, aber zumindest, ja, wenn, wenn eine Anklage gegen dich läuft, dann ist das zumindest jetzt nicht, äh, nicht komplett unerheblich, es ist aber auch natürlich auch noch keine Verurteilung erfolgt, also es gibt, wenn du ins UK einreisen willst, es gibt klare Regeln, äh, du darfst bei einer Geldstrafe so und so lang nicht einreisen, bei einer Freiheitsstrafe, glaube ich, schon zehn Jahre darfst du dann nicht mehr einreisen und so weiter und so fort, ähm, und das ist halt noch so ein bisschen die Sache, wo ich nicht, zumindest nicht sicher bin, inwiefern das AEW nicht nächste Woche, wenn es dann soweit ist, doch noch kurzfristig dazwischen funken könnte. Ja, das ist die, das ist wirklich die spannende Frage, äh, ja, man sollte, man sollte so mal davon ausgehen, so für wegen, dass eine so große Organisation das geregelt hat, aber andererseits, ja, das sind natürlich jetzt die Feinheiten, die halt, wenn man, wenn man sieht, äh, wie weit man da, ja, dass man da durchaus etwas tiefer graben muss, äh, bei den, äh, ja, wie da eigentlich genau die Lage ist, wenn halt eine, naja, es geht ja um regionales Recht letztlich auch, ne, Florida, das, das, das Florida-Recht, ne, was, äh, das ist ja nicht das UK-Recht, also, ja, das ist spannend, also natürlich kann man sich auch wiederum vorstellen, ne, dass eine gewichtige und für die Wirtschaft, äh, wirtschaftlich relevante Firma da vielleicht auch Drähte spielen lassen kann, im, im Zweifel, aber, also, ja, also ist, für, für mich gilt da, also es gibt ja den, den alten Spruch, auf hoher See und in, vor Gericht ist man in Gottes Hand, ähm, ja, so, äh, bei solchen Einreisesachen ist es auch ein bisschen so, ja. Ja, aber, finde ich, finde ich wichtig, dass wir auch hier, klar, nochmal betonen, das sind sehr viele spekulative Dinge und, äh, wir werden uns jetzt hier nicht für euch hinstellen und sagen, so genau ist das und das darf und das muss und das kann, nein, da sind einfach ganz viele Unwägbarkeiten und das muss man auch jetzt so einordnen, die, die können wir für euch nicht hundertprozentig beurteilen, wir können nur die Lage für euch beschreiben, wir, wir können für euch einordnen, was das passiert und jetzt vielleicht auch nochmal, ne, wie, wie AEW bei dem Thema dasteht, ähm, wie stehst du generell dazu, da ist jetzt ein Mitarbeiter, gegen den gibt es eine, eine Anklage wegen eben jenem Punkt, Androhung, schwere Körperverletzung mit einer Schusswaffe und es ist noch nicht geklärt, ob das jetzt wahr ist oder ob es falsch ist, es gibt noch kein Urteil. Sagst du, als Liga sollte man dann vorsorglich diesen Mitarbeiter erstmal aus dem Verkehr ziehen, einfach auf die Gefahr hin, dass er vielleicht verurteilt werden könnte und man sich dann vorwerfen lassen muss, ihr wusstet, dass er angeklagt ist, habt ihn aber trotzdem einen Monat oder länger weiter wissentlich im TV eingesetzt oder sagst du, da gilt die Unschuldsvermutung und mit jedem anderen Namen hätte man das genauso gemacht, äh, wenn es dort diese Vorwürfe gegeben hätte, man hätte den auch weiter im TV eingesetzt, bis es ein handfestes Urteil gibt. Das ist von Fall zu Fall verschieden, würde ich jetzt mal auf jeden Fall sagen, es hängt da sicherlich, dass die Schwere der Tat und die Schwere des Vorwurfs ist ein Faktor, sicherlich auch die Prominenz des, die Prominenz des, äh, der Person und die Wichtigkeit der, ähm, die Wichtigkeit der Sache, die da, die Wichtigkeit des Programms, das da dranhängt, ähm, da sind, da reden wir von zwei, zwei, zwei Facetten, da reden wir von, äh, von der Image-Facette und von der rein moralischen Facette, ähm, ja, ne, und von dem, ja, was, 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 was denken sich die Fans, ne, sind die Fans böser, böser drüber, wenn jetzt hier dieses schöne Match da abgesagt wird, oder sind die Fans böser drüber, wenn sie da, ähm, ja, wenn sie da jemanden sehen, der, gegen dir, der, gegen den etwas ermittelt wird, was halt jetzt auch kein, kein Spaß ist, ne, also jetzt kein Bagatell-Dilekt ist, und, äh, ja, schwierige, schwierige Sache, also, ähm, ähm, meine persönliche Ansicht ist, äh, also, natürlich, es geht die Unschuldsvermutung, und das sollte man berücksichtigen bei der, bei der ganzen Sache, und gerade, gerade, weil, äh, ja, wir kennen Kai Schwielers Seite der Geschichte nicht, und, äh, ich würde sie schon noch gerne hören, bevor ich mein finales Urteil dazu bilde, aber es ist halt schon so, auf der Sache liegt jetzt ein Schatten, ja, und gerade, gerade, wenn FDR das Ding gewinnt, da jubelst du, ne, nach einer Erklärung einer, nach einer, äh, Gefäde mit, mit einer Rivalität, die eine jahrelange Geschichte hat, eine viele Jahre lange Geschichte hat, ist das dann sozusagen der ultimative Sieg für die, für die, für die beiden, was, was eigentlich, was jetzt das Szenario war, das ich erwartet hätte, ähm, und dann jubelst du da jemandem zu, oder? Das ist, das ist nicht so schön, das ist keine schöne, schöne Lage jetzt für AEW. Wäre auf jeden Fall schöner, wenn das, äh, nicht so wäre, da können wir uns, da können wir uns sicher sein, aber, ja, also stand jetzt das All-In-Match, äh, zum Beispiel, als das wirklich rauskam erst mal, äh, war meine erste Reaktion, boah, das wird schwierig, weil auch dort, äh, sofort, äh, von, von, von Expertinnen und Experten, die Einordnung kam, so ein Prozess, der geht nicht innerhalb von zwei, drei Tagen weg. Also, die, die ganz bedingungslose Einreise nach den ersten Informationen, die man bekommen hat, äh, hätte es eigentlich nur gegeben, wenn die Anklage fallen gelassen worden wäre, oder Kaution sofort zahlen, und dann wären die Untersuchungen, äh, eingestellt, irgendwie so, und das hätte innerhalb von wenigen Tagen passieren müssen. Jetzt ist klar, die Untersuchungen werden weiterlaufen, während Cash Wheeler dann im Wembley, AEW wird weiter den Plan verfolgen, ihn dort einzusetzen, ähm, normal weiter seiner, seiner Arbeit nachgeht. Also, das, äh, das wird nebenbei existieren. Das Thema ist nicht aus der Welt und es ist jetzt, bis ein Urteil gesprochen ist, ist es jederzeit möglich, dass, was man mit FTA macht, eine ganz krumme Kehrtwende kriegt, und zwar für den Fall, dass er verurteilt werden sollte, ja. Und tatsächlich ist es so, ähm, wenn du eine Geldstrafe in den USA bekommen hast, ne, darfst du fünf Jahre, also wenn du eine Straftat begangen hast, die eine, die, die, äh, eine Geldstrafe nach sich zieht, ähm, dann darfst du ins UK eine gewisse Anzahl an Jahren nicht mehr einreisen. Also selbst... Es ist, es gibt ja Fälle, prominente Fälle, ich meine, äh, es wird ja dann öfter so geschickt umschifft, aber es gibt ja Fälle prominente Wrestlingstars, die nicht in andere Länder einreisen dürfen. Ja, der Fadi, die Usos, ne? Usos zum Beispiel, ne? Richtig. Ja, aber dann sieht man auch, was das, äh, dass man da halt eben damit arbeitet, ja. Richtig. Gut, wobei Trunkenheit, Trunkenheit am Steuer ist auch nochmal, jetzt im Vergleich zu dem, zu der Sache hier, finde ich einen Unterschied, ja. Aber das ist halt, ja, ihr seht, es ist, es ist, äh, auf jeden Fall eine, eine komplexe Lage. Wir können aber stand jetzt sagen, das Match laut den Plänen von AEW wird es stattfinden. Zu 100% dingfest und sicher, würde ich jetzt sagen, ist es nicht, weil sicher ist es erst, wenn die Einreise auch geglückt ist. Weil, also, Ausreisen aus den USA, weil du die Papiere hast, klar, so, das ist schön, dass das geht. Deswegen fand ich auch, als am Freitag, als das bekannt geworden ist und sofort einige der News-Seiten in Anführung gesagt haben, ja, Match steht, alles easy, äh, und komplett ausgeblendet haben, dass zu einer Ausreise irgendwo eine Einreise wieder dazugehört, ähm, das fand ich, fand ich, äh, etwas, ja, fand ich makaber und dann ist halt, äh, ja, also bis das passiert ist, ähm, muss erstmal alles gelingen und dann wird die Verhandlung eben weiterlaufen und bis kein Urteil gesprochen ist, wird das ein, ein, ähm, wie so ein Damoklesschwert einfach über dieser ganzen Thematik drüberhängen. Wenn ganz kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig irgendwie rauskommt, äh, es klappt doch nicht. Was für Alternativ-Szenarien hätte AEW in deinen Augen? Sollte man Cash-Wheeler CM Punk an die Seite stellen gegen die Jamwax? Sollte man, sollte man Trainingspartner Edge, über den wir dann vielleicht noch reden können? Sollte der jetzt sehen, was er zur Seite springt? Das fällt ja aus, das fällt ja aus, aufgrund der Vertragslage, ähm, aber, ja, boah, das ist echt, also das ist echt brutal. Also da stehst du echt nackt da, eigentlich. Also egal, was du machst, das wird dem Ganzen halt nicht gerecht, ja, also du willst ja da machen, ne? Also Match-Up sagen, ja. Hilft echt nur hoffen und beten, ehrlich gesagt, ne? Also fast, äh, äh, das ist, das ist ein bisschen das Problem. Ja, ADAP hat das ja, und da hat vielleicht die elegante Überleitung ja schon ein paar Mal gemerkt, dass sie schöne Pläne hatten und, äh, in dem Moment, wo dann ein Plan, ein Teil, wichtiger Teil des Plans ausfällt, ist der Plan dann schon wieder weniger schön. Ja, komm, dann nutzen wir das doch einfach mal als Sprungbrett in unseren zweiten Block, und zwar die Card von AEW All-In. Das ist euer zweites Top-Thema. Die Preview natürlich wird's im Laufe der kommten, oder im Laufe dieser Woche geben, wir nehmen das Ganze am Sonntag auf, wenn ihr es auf YouTube hört, ist Montag, ähm, und wir werden im Laufe dieser Woche natürlich drüber sprechen, über alle Matches, natürlich auch wieder das Tippspiel unter tippspiel.spotfight.de für All-In, für Payback, für All-Out, also drei dicke Tippzettel, die dort auf euch warten. Wir gehen mal die aktuelle Card durch, wie sie Stand Sonntag aussieht. Wir haben das AEW World Championship Match, MJF gegen Adam Cole. Es geht um die World Tag Team Titel zwischen FTA und den Young Bucks, AEW Women's World Championship, Hikaru Shida gegen Toni Storm, gegen Saraya, gegen Britt Baker, Stadium Stampede, Eddie Kingston, Lucha Brothers und Best Friends gegen Blackpool Combat Club. Wir haben Samoa Joe gegen CM Punk, das ist seit Collision auch offiziell. Wir haben das Coffin Match, AR Fox und Swerve Strickland gegen Darby, Allen und Sting, Chris Jericho gegen Will Osprey, sowie die Golden Elite gegen den Bullet Club Gold und Konoski Takeshstar und in der Zero Hour Ring of Honor World Tag Team Championship Match, Aussie Open, gegen Adam Cole und MJF. Martin, erst mal ohne zu tief schon reinzugehen, eine grundlegende Einschätzung von dir generell zu dieser Matchcard für Wembley. Wenn, also ich finde es alles in einem eine schöne Card, eigentlich ziemlich gut, eigentlich finde ich sie ziemlich gelungen. Ich kriege ja mit, der ein oder andere finde es sich weniger gelungen und ja, man muss in jedem Einzelfall drüber diskutieren, aber ich sage es mal so, es ist eine schöne Card, gab natürlich Ideen, die noch im Raum standen, die sie noch schöner gemacht hätten und warum manche Ideen da jetzt durch eine andere Idee ersetzt worden sind, darüber sollte man im Einzelfall diskutieren, weil es ist in jedem Einzelfall eine ganz spannende Frage. Ja, wir haben tatsächlich ja zum Beispiel die Gerüchte gehört, eigentlich war Kenny Omega gegen Bryan Danielson geplant als Singles Match, was natürlich, da wäre das große Kenny Omega Singles Match gewesen zum Beispiel, das wäre dann dort gewesen, weil du es gerade schon angesprochen hast, die Kritik an der Card, wir hatten jetzt schon die Umstände angerissen, also die einen sind natürlich Verletzungen, Puck, Jamie Hayter, Bryan Danielson waren alle fürs Event eingeplant, gerade für Jamie Hayter finde ich es auch unfassbar, also für alle finde ich es bitter, für Jamie Hayter irgendwie ganz persönlich irgendwie nochmal mehr, wir müssen mal gucken, inwiefern vielleicht die Benannten doch nochmal irgendwie in Einzelsegmenten oder so trotzdem auftreten oder nicht, aber die Verletzungen sind ja schon mal das eine. Verstehst du die Kritik an der Card, kannst du die nachvollziehen und da sagst du, naja Leute, bei gewissen Umständen kannst du halt nichts machen und da hat AEW verhältnismäßig gut reagiert? Jein, also ich, also ich, jedes, also jedem natürlich, jedem natürlich seine Meinung, weil, weil natürlich kann man sich jedes Mal denken, da ist so viel, das ist der Event, 80.000 Leute da, ne, und da ist halt einfach, da denkt man sich so, okay, reicht diese, da ist dieses Big Match, dieses Big Match, dieses Big Match, aber hätte nicht noch das Match noch größer werden können, hätte man das Match nicht noch größer fahren können und das ist auf jeden Fall in, sagen wir mal, mehreren Einzelfällen ein veritabler Gedanke, es gibt auch Matches, mit denen ich so vielleicht, die ich vielleicht auch sicherlich anders gedacht hätte, anders mir gewünscht hätte, aber in der Summe warne ich vor einer, warne ich vor einer Gefahr, nämlich vor der Gefahr, dass man sich mit seinen Wünschen an eine Card verhebt, so sehr, also sozusagen, dass man alles so groß haben will, dass, dass es in der Summe etwas in sich zusammenfällt, also, und ich sage mal so, gerade bei AEW gibt es eine gewisse Vorgeschichte daran, dass man sich viel vorgenommen hat und dann bei der Umsetzung des finalen Events, dann was schief läuft, gerade unter anderem zum Beispiel das erste All-In, was ja noch nicht unter dem, bei einer AEW war, wo dann vor lauter schönen, schönen Dream-Matches, die man sich da ausgedacht hat, man dann am Main-Event feststellt, oh scheiße, wir haben ja zehn Minuten weniger Zeit, als wir eigentlich, als wir eigentlich vorgehabt hatten, ne, und anderer Fall vor Bindor letztens, ne, man hat dieses geile Match Will Ospreay gegen Kenny Omega und, äh, ist aber so geil, dass am Ende irgendwo die Luft raus ist bei Danielson gegen Okada. Danielson gegen Okada, ich meine, das muss man sich dann auch erst mal auf der Zunge zergehen lassen, dass dafür, dass da dann auch irgendwo so richtig die Energie für die Crowd nur noch so halbgereicht hat und, äh, und das auch so ein bisschen quasi nicht nur, nicht nur durch den Armbruch von Brian Danielson da etwas hinten runtergefallen ist, in der, äh, Erinnerung hinterher. Es ist, ich, ich glaube, ähm, vielleicht ist es am Ende sogar ein Segen, dass dieses eine Omega vs. Danielson Match jetzt, äh, ausgefallen ist und vielleicht tut es den Matches, die übrig sind, gut, dass mehr Fokus und mehr Scheinwerfer auf sie gerichtet ist. Gerade, aber ja, ne, MJF vs. Cole. Ja, ich sag mal so, also MJF, aber ich hab da auch Vertrauen in ihn, aber, aber sozusagen, also, er hat jetzt auf jeden Fall keinen, äh, der davon ablenkt, dass er hier jetzt das Match seines Lebens dahin legen muss. Ne, zwei Matches seines Lebens. Das Einzige, was so negativ ablenken kann, ist, äh, das ist ja so ein bisschen, also, ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn wirklich sich jemand in diesem Opener verletzt, also in, in, in dem, in dem Zero Hour Match, dann, dann, also, das wäre ein nicht auszumalendes Desaster. Ich hoffe, ja, vielleicht, äh, vielleicht ist das Ganze mit einem Kangaroo-Kick ja durch und einer Double-Close-Line und dann ist, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also tatsächlich, ich glaube, die werden da 20 Minuten richtig raushauen. Ich glaube, die werden, die werden für dieses Zero Hour Match, das wird kein Story-Match, das wird ein, das wird ein Wrestling-Match, die werden da richtig raushauen und das, ähm, das, also, aber das ist, das ist jetzt nicht das Thema, so, warum das Zero Hour und so weiter. Ich glaube, es hängt immer noch damit zusammen, einfach, dass man allen, die sich nicht beide Pay-Per-Views kaufen wollen, was geben will und, dass man trotzdem schon mal zeigen will, hier ist ein wichtiges Match, jeder kann das kostenlos gucken, äh, über YouTube und, und, äh, alle sozialen Kanäle und so weiter. Vielleicht will man auch kurzfristige Pay-Per-View-Verkäufe damit noch anreizen, aber das ist jetzt nicht das, wo, wo diese Card mit steht und fällt, in meinen Augen, ähm, und das ist, glaube ich, auch nicht der, der Hauptkritikpunkt. Es gibt ja zum Beispiel den Kritikpunkt, es ist nur eine gigantische Hausshow von, von einigen. Wie würdest du, wie würdest du dazu stehen? Weil ich zum Beispiel finde, für eine gigantische Hausshow ist es schon immer noch ein bisschen, ein bisschen sehr viel. Dementsprechend, äh, das würde ich nicht so sehen. Dafür steht auch mit einem World-Title-Match, mit einem der wichtigsten und auch am besten aufgebautesten AEW-World-Title-Matches seit langer Zeit, steht da schon, äh, ja, auch ein Main-Event, der nachweislich ja gerade bei AEW auch das ist, was zieht. Ja, also das sieht man auch an Quoten, Merchandise und so weiter und so fort. Ja, große Hausshow. Große Hausshow finde ich auf jeden Fall übertrieben. Also ich, wer so weit geht, finde ich, äh, der, der verpasst auch, glaube ich, ein bisschen, also dem fehlt auch, glaube ich, ein Blick für ein paar Eigenheiten von AEW zum Beispiel, dass halt so, sagen wir mal so, so ein Trios-Match bei AEW ist was anderes als so ein Six-Man-Tag-Team-Match bei WWE. Einfach von der Bedeutung, mit der das da, mit der das da aufgeladen ist oder, oder halt, ne, so eine Geschichte wie, dass Kenny Omega mit Hangman Page und, äh, und Kota Ibushi mit seinen, mit seinen beiden, mit seinen beiden langjährigen Teampartnern, ne, ist, ich glaube, wahrscheinlich das erste Mal oder so. Ja. Es ist das erste Mal, dass er mit beiden Teams, ne, dass das ja auch ein gewisses Gewicht hat. Also ich glaube, wer, wer so weit geht, dem, also dem entgeht der Blick für ein paar Feinheiten, die, äh, AEW da mit sich bringt. Also so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Ähm, ist, kann ich, kann man so weit gehen und sagen, so von wegen, so, ha, hätte, könnte die Karte noch nicht noch ein bisschen schmissiger sein, dass man, dass die Vorfreude noch etwas ungetrübter ist. Also das, das, ja, ich, das, äh, soweit würde ich sagen, klar, das kann, da hat jeder seine Meinung und, äh, das, äh, die steht jedem zu. Ähm, ich bin am Ende aber zuversichtlich, dass also, was in dieser Karte drinsteckt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hinterher enttäuscht sein wird. Man muss ja, man muss ja den Fans natürlich auch zugutehalten, dass für so ein Event die Erwartung an die Norm eine andere ist als, keine Ahnung, bei Full Gear oder Revolution und so. Ich denke, dass das ist klar. Anders als auch bei WrestleMania, weil es einfach das Einzige ist, ne? Ja. Das eine, das Einzige, also sowas vielleicht auch so schnell nie wiederkommt in der Dimension bei AEW, ne? Ja. Das muss man, das muss man ja auch sehen, ne? Richtig. Ja, und das ist also, ja, ne? Da kann, da schnell die Erwartungshaltung sehr in die Höhe. Ja. Vielleicht in eine etwas unfaire Höhe und vielleicht halt eben in einer Höhe, dass man sagt, so fängt, okay, vielleicht vor lauter Lust auf dieses Match und dieses Match, was man eigentlich auch noch dazu nehmen könnte, ob dann vielleicht eben der, der Blick für die richtige Mischung der Karte wie, wie so ein Event abgemischt sein sollte, damit, äh, man nicht vor lauter bedeutungsschweren Singles Matches, ähm, am Ende, ja, keine Ahnung, dass die Crowd am Ende fertig ist. Ja, dass es, dass es so läuft wie bei Wrestlemania, wie bei den letzten Wrestlemanias, bevor es auf zwei Tage aufgeteilt worden ist, ähm, um es mal, um es mal, um mal das Extrembeispiel zu nennen. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass man in diesem Jahr oder dass man im kommenden Jahr vielleicht daraus lernt und dann aussagt, all in und all out, dann mach ein Today-Event draus, dann, dann mach es an einem Samstag und an einem Sonntag von mir aus, äh, mach das dann auch an diesem Chicago-Wochenende, wenn das Tony Khan so heilig ist, ähm, dass es, äh, das ist vielleicht noch ein Learning fürs nächste Jahr, weil natürlich, also wichtig ist für AEW und dann ist auch die, die Meinung jetzt von dir und von mir erst mal zweitrangig, wichtig ist, dass es ein wirtschaftlicher Erfolg wird und dass die Meinungen danach mehr positiv als negativ sind und ich gehe davon aus, dass beides der Fall sein wird, ähm, weil, weil rein wirtschaftlich ist man mit, äh, bald 81.000 verkauften Tickets sensationell unterwegs, Pay-Per-View-Verkäufe, äh, bin ich sehr gespannt, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass mehr Leute all out als, äh, all in bestellen, beziehungsweise das all in da abfällt, wenn, dann würde ich mir das Event hier bestellen und, ja, ich bin auch sehr davon überzeugt, dass am Ende des Events die Leute sagen werden, boah, das war ein krasses, ein krasses Happening und wir hätten da, wir hätten da wieder Bock drauf. Natürlich glaube ich aber auch, dass durch den Aufbau und den Umgang von AEW mit diesem großen Happening, weil die Leute hätten hier, glaube ich, schon einfach dieses Event Spectacular erwartet, was dann, wo dann doch WWE auch teilweise Maßstäbe, äh, setzt, da muss man einfach fragen, wie sehr reicht die Zugkraft der Marke all in, wie sie jetzt präsentiert und verkauft wurde für eine weitere Stadionshow im nächsten Jahr, das ist ein Faktor für die Zukunft und ich finde, man muss differenzieren zwischen Matchcard und Aufbau. Hatten jetzt eine Dynamite-Ausgabe zum Beispiel, in der es mehr oder weniger siebenmal den gleichen Angle gab, heel attackiert face und ich finde, man kann darin ablesen, dass Tony Khan gerade schon kreativ einfach teilweise sehr erschöpft ist. Er macht die finalen Calls, er ist der, der am Ende festsetzt, was passiert. Wir hatten obendrein zum Beispiel mit FTA und Adam Cole zweimal exakt den gleichen Tease einer Attacke gegen den Pay-Per-View-Gegner und dazu sehe ich eben einige Matches nicht, wo das Problem gewesen wäre, einfach ein paar Wochen eher mit dem Aufbau anzufangen. Adam Cole, MJF, das passt, Bucks und FTA geschenkt, die Ansitzung reicht, aber Frauen-Match. Hätte man dort nicht eher anfangen können, hätte man dort nicht den Frauen mit Promos oder so die Möglichkeit geben können, dem Ganzen mehr Bedeutung zu geben. Außerdem, Kenny und Hangman, warum nach Blood & Guts erstmal zwei, drei Wochen abkühlen lassen, um jetzt ganz kurzfristig dann dieses Six-Man aus dem Hut zu zaubern? Stadium Stampede hat man auf Eddie gewartet, der war im G1, Jerry Court of Osprey gewartet, der war im G1, Fox und Strickland gegen Sting und Darby, auch eher kurzfristig gestartet und eine Story für zwei Monate, gefühlt in drei Wochen gepackt. Das sind die Kritikpunkte. Okay, Sting, aber diese Geschichte mit Nick Wayne, die geht ja schon eine Weile, geht ja schon ein bisschen weiter zurück. Aber das sonst im TV, also im TV hast du halt gesehen, in der Woche, in der AR Fox als Freund von Darby Allen etabliert worden ist, ist er direkt geturnt. Solche Sachen meine ich. Also solche Kleinigkeiten, wo ich finde, dort wäre Story-Material für mal mindestens acht bis zehn Wochen gewesen und das wurde in einem nicht mal halb so langen Zeitraum gequetscht. Das ist dort in dem Fall die Kritik, die ich als Valider einordne und das ist eine Kritik, der sich AEW stellen muss, weil es doch auch dem TV-Protok, glaube ich, gut tun würde, wenn man nicht immer in den letzten beiden Ausgaben vor dem Pay-Per-View zig Segmente vorgeworfen oder vor die Füße geworfen bekommt als Zuschauer, wo ganz viele Matches mit dem gleichen Angle aufgebaut werden, weil das hat AEW schon deutlich besser gemacht und deswegen ist die Vorfreude vor Pay-Per-Views Revolution 2020 oder 22, Full Gear 2019, das waren Pay-Per-Views, da war die Vorfreude richtig groß, weil AEW wochenlang in großem Stil darauf hingearbeitet hat und da waren es keine 80.000 in Wembley, sondern da waren es irgendwie 10.000 in, keine Ahnung, Detroit oder wo auch immer und das ist so ein bisschen, ne, da finde ich wäre es schön, wenn AEW wieder den Weg findet, gerade bei so großen Events, dann doch auch den TV-Zuschauer schon mal wirklich zwei, drei Monate vorher an die Hand zu nehmen, du hast ja so viel Zeit zwischen den Pay-Per-Views und ihn gezielt in Richtung des Pay-Per-Views zu bewegen und das ist bei Wembley in meinen Augen eben erst zu spät passiert. Ja, ja, ist ein Punkt, ja. Es ist, ja, über die Art und Weise, wie die TV-Philosophie, die TV-Philosophie von AEW, darüber kann man auf jeden Fall streiten, weil es ist, also ich persönlich, ich persönlich, ich finde es nicht so schlimm, weil eigentlich, das ist wirklich was, was AEW und WWE voneinander unterscheidet gerade, also so vor wegen, bei WWE weißt du, okay, ne, du kannst da, da kannst du ja sozusagen in den vier Wochen vor dem Pay-Per-View, Pay-Per-View, bevor dem, Entschuldigung, PLI, vor dem PLI, weißt du ja, okay, da, da gehen die Züge alle ganz geordnet in die Richtung, in die Richtung dessen, dass das alles gut aufgebaut wird, ne, und ja, bei AEW ist ein bisschen mehr Anarchie, ne, also da kommt dann plötzlich so ein Texas Chainsaw Massacre aus dem Boot gezaubert, wo jetzt jetzt keiner damit gerechnet hätte, ne, und nicht wegen dieses Matches konkret, aber wegen anderer Sachen finde ich als sozusagen, ist AEW mehr eine Wundertüte, auch gerade das TV-Produkt, wie sehr es dem Pay-Per-View hilft, ja, gute Frage, andererseits, wenn man sich die wirtschaftliche Bilanz der Pay-Per-Views anschaut, also dem Pay-Per-View-Business geht's nicht schlecht, also von daher, vielleicht ist AEW hinter den Kulissen zum Schluss gekommen, ach Gott, das läuft doch so oder so, ähm, von daher sparen wir uns diese, sparen wir uns diese, äh, ja, machen wir es, machen wir das TV-Produkt einfach ein bisschen anders und, äh, verschwenden nicht mehr so viele Gedanken darauf, jetzt irgendwie diesen Pay-Per-View zu verkaufen, wenn der Pay-Per-View sich auch so verkauft, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich, es ist mehr Anarchie, ja, also was, was bei WWE, der Vorteil ist, auf jeden Fall ist WWE-stringenter in der Hinsicht, ne, ähm, AEW ist anarchischer, man kann, es gibt, man kann, man kann das, die Anarchie aber auch ein bisschen cooler finden, als das, als das, als das rein berechenbare, manchmal hebt es das auch ein bisschen davon ab, ich, äh, ich persönlich, ich persönlich merke in den Wochen vor AEW, äh, also so irgendwo gefühlt, die WWE, äh, die WWE-Shows vor SmackDown, okay, da weiß ich, okay, es gibt die und die Engel, das wird alles da sauber, sauber da hinführen, und, ähm, ja, bei AEW weiß man nicht so richtig, was man kriegt, manchmal denkt man sich, steht man da so Fragen davor und denkt sich so, äh, okay, was hat man sich jetzt dabei gedacht, aber manchmal ist es halt aber auch andererseits, ne, weißt du, okay, bei WWE würdest du das jetzt nicht bekommen, was dich jetzt gerade vielleicht an dieser, dieser Ausgabe, was du an dieser Ausgabe jetzt charmant findest, also was ich jetzt zum Beispiel an so einer bestimmten Deinemite-Ausgabe charmant finde, aber, ja, es sind Unterschiede, ne, und, äh, es ist vielleicht auch gerade, vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass das eine nicht ist für das andere. Im Themenvoging haben sowohl CM Punk als auch, äh, die, der Uso Exit von WWE eine ähnliche Stimmzahl erreicht, deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen, ähm, CM Punk und, äh, Tony Khan hier in diesem Block packen und dann gleich nochmal den Jey Uso, äh, Exit-Block machen, ähm, und zwar, finde ich, ist eine sinnvolle Verbindung, inwiefern ist ein Tony Khan, äh, beim Aufbau dieser Card vielleicht auch vom Drumherum abgelenkt gewesen, also die Verletzung das eine, im Media-Call jetzt in dieser Woche, ich weiß jetzt schon, dass das kommen wird und, ja, wir mussten reagieren und so weiter und so fort, auch alles richtig, ähm, aber inwiefern ist das Thema CM Punk und Elite, was ja jetzt tatsächlich, es brodelte die ganze Zeit schon und jetzt ist es öffentlich, dass es brodelte, dank einer Promo von CM Punk, äh, ist da ja wirklich wieder eine Welle losgerollt und eigentlich sehen wir jetzt, es ist seit letztem Jahr September, es ist auch nichts gelöst, also fast ein Jahr, in dem sich da, außer dass man gesagt hat, ihr redet nicht miteinander und geht euch aus dem Weg, ist da nicht mehr passiert, äh, da ist die Frage, äh, inwiefern kannst du dir vorstellen, dass das Tony Khan und seine Arbeit, ohne dass das zugeben würde natürlich, ähm, belastet? Hm, ich glaube in dem Fall eigentlich nicht, ich glaube, ich glaube, das ist nicht das Hauptthema, jetzt hinter der, hinter der Art und Weise, wie die Dinge laufen, weil letztlich, ähm, ähm, dass das so kommen wird, dass das halt, äh, dass das halt, dass die Philosophie ist, ja, lass laufen, geht euch aus, wir trennen die beiden voneinander, versuchen sie aus dem Weg zu gehen und hoffen, dass, äh, und schauen, dass das irgendwie, dass ja jeder in seinem eigenen Reich da glücklich wird, dass das so laufen wird und dass da, ähm, dass da keine, dass da für den Moment, jeder irgendwie Bewegung auf der einen oder anderen Seite sichtbar ist, ähm, dass das halt einfach jetzt gerade die Lösung ist und mit der man sich da arrangiert hat, das, äh, ist nicht überraschend in dem, in dem Sinne, das ist halt den einen oder anderen Markt überraschend, wie schnell das jetzt auch schon wieder hochgekocht ist und vor allen Dingen halt auch, wie unnötig hochgekocht ist, also ich meine, dass da hinter den Kulissen irgendwie das Brodeln, Brodeln, hier und da Brodeln wird, ich meine, das war schon von Tag, 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 Tag eins an, war es ja rauszuhören, ähm, mit, mit Berichterstattungen, die von der einen oder anderen Seite halt auch wieder ausgelacht worden sind, so von wegen, hahaha, ja, 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 ihr habt da keine, keine Freude dran, ihr habt einfach, ihr gönnt einfach AEW das nicht und, äh, ach Gott, ja, immer dieses Klischee, dass sie im Punk kommt und schon ist wieder Ärger, ja, aber das Klischee entspricht leider wohl, entspricht leider wohl in gewisser Weise der Wahrheit, ähm, wie man da sieht und das ist auch irgendwo etwas, was auch abzusehen war und worauf man sich letztlich ja eingelassen hat, weil ich meine, ja, okay, ähm, anders, andersrum, Toni Kahn abgelenkt und, und sozusagen, äh, wie ist dies oder das eine Chaos, ich meine, da vielleicht auch noch die Frage, das hängt vielleicht aber auch vielleicht noch ein bisschen damit zusammen, was da vielleicht noch in Planung ist, was wir jetzt halt noch nicht von der Karte her ablesen können, weil ich schätze mal, die ein oder andere Sache will Toni Kahn ja aus dem Router zaubern und wer weiß, wie sicher das eine oder andere war, äh, abzusehen war und wie sehr dieses oder jenes Match dazu gepasst hätte und vielleicht, oder die und die Story dazu gepasst hätte, das ist auch noch ein kleiner Faktor, also das nur für den Hinterkopf, das, äh, ist vielleicht auch ein Faktor, der abgelenkt hat oder, äh, für das gewisse Chaos da noch gesorgt hat. Was bei all dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen mitschwingt, ist so ein bisschen auch die Frage, ähm, die, die sich natürlich auch viele Fans stellen, ja, wer ist denn da jetzt schuld dran? So, warum macht denn der CM Punk das die ganze Zeit? Oder, die andere Seite, warum redet denn die Elite nicht mit dem? Oder, und das finde ich dann tatsächlich, äh, das worauf, eigentlich bei allen Gedanken, die ich mir dazu mache, und ich habe ja in den letzten Wochen ja, äh, schon viel darüber geredet, deswegen will ich euch jetzt, ähm, die, die, nochmal sparen, dass ich jetzt alles nochmal neu hochkaue, aber ein, ein Punkt ist mir wichtig jetzt zu machen, weil da kommen meine Gedanken eigentlich immer wieder, ähm, immer wieder drauf, drauf zurück. Toni Kahn ist ein Mensch, der es allen recht machen möchte. Und es gibt eben Menschen, die nutzen diese Eigenschaft, diese gutmütige Eigenschaft aus. Fakt ist, am Ende des Tages ist Toni Kahn der Boss. Und du brauchst in solchen Situationen, wie man sie jetzt gerade hat, brauchst du einen Boomer. Es geht nicht anders. Wenn Toni Kahn Punk entgegenkommt, ist die Elite sauer. Kommt Toni Kahn der Elite entgegen, ist Punk sauer. Das ist ein sinnfreier Teufelskreis. Toni Kahn scheitert in meinen Augen an seiner Aufgabe gerade als Boss dieser Liga. Und das beschädigt in meinen Augen sein Business und das schadet dem Image von AEW. Toni Kahn ist der Chef in dem Laden und hat die klare Ansage zu machen, alright, so hier machen wir es. Entweder du bist dabei oder kannst nach Hause gehen. Aber das macht er nicht. Insofern sehe ich Toni Kahn durchaus gerade als ein Katalysator für diese Probleme. Er will möglichst niemanden verärgern und macht es damit schlimmer. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Er muss jetzt einen Kurs vorgeben, weil wir sehen, wenn er das nicht macht, dann wird es jetzt die ganze Zeit so weiter brudeln. Es wird weiter Fans geben, die sagen, ey, ganz ehrlich, das Programm hier mit Punk gegen Elite, das hängt da jetzt. Ja, macht ihr das jetzt? Macht ihr es nicht? Das nervt doch, dass das so noch in der Luft hängt. Es muss klare Abläufe geben, klare Verantwortliche. Ein CM Punk hat nicht zu bestimmen, ob der Head of Talent Relations, Christopher Daniels, bei einer Show zu sein hat oder nicht. Da musst du als Toni Kahn zu Punk und sagen, Bro, ich bin dir sehr entgegengekommen, aber das ist mein Head of Talent Relations, das ist mein Verantwortlicher und der hat bei dieser Show zu sein. So sind die Regeln. Ihr müsst euch nicht in die Arme fallen, aber der Head of Talent Relations ist bei mir bei jeder Show. Punkt. Und dem hat sich Punk unterzuordnen. Wenn Punk mit der Aussage ein Problem hat, die wird er wohl haben, dann hat Toni ihm zu sagen, Pech gehabt, du bist mein Mitarbeiter, ich investiere in dich und in dieser Liga und ich werde nicht dafür sorgen, dass mein Investment mein Business schädigt. Insofern, natürlich verhält sich CM Punk scheiße, aber sowas wie zum Beispiel jetzt die Jungle Boy Story, die kürzlich rauskam, wo alle den Jack Perry raten, nutze bitte kein echtes Glas für dein Backstage-Segment. Und auch ein CM Punk als Veteran dann wohl am Ende der Kette gesagt hat, es gibt ja keinen Grund, das zu machen. Da greift halt auch die Faustregel spätestens da auch. Als Rookie hast du eigentlich in dem Fall zumindest dem Veteranen zuzuhören. Und da weiß ich nicht, wie im Ansatz die Story daraus entstehen kann. CM Punk-Skandal. Ja, das halte ich für abstrus, das halte ich für lächerlich. Und zumal wir wissen, davor wurde Jack Perry wohl auch von Ärzten und anderen Producern und Offiziellen gesagt, er soll das nicht machen. Und dass zum Beispiel jetzt daraus wieder CM Punk-Skandale gedichtet werden. Da kann es halt nicht sein, dass ein Tony Khan nicht dazwischen geht, dass er sagt, Leute, ich mache die Ansage am Ende des Tages. Ja, weil wenn CM Punk am Ende die Ansage macht und Leute ein Problem haben, dann muss es Tony Khan machen. Ja, und das ist auch nicht passiert. Und deswegen, ich komme immer und immer wieder, wenn ich diese Thematik gerade durchdenke, am Ende auf den Punkt, Tony Khan ist der Katalysator. Und das bringt für mich viele Probleme bei AEW, laufen tatsächlich auf seine Rolle als Boss zurück. Monolog, Ende. Sehe ich in dem Fall anders. Okay, gerne. Ja, weil es ist schön zu sagen, Tony Khan ist der Boss und dem Boss müssen sich alle fügen. Aber ich finde, da geht ein entscheidender Punkt verloren. Weil in einer Beziehung, wenn ein Star so herausgehoben ist wie CM Punk, ist man nicht mehr ist man nicht mehr unumschränkt der Boss. So wie Vince McMahon nicht unumschränkt auch der Boss ist von, oder ja, oder über all die Jahre lang, ist nicht unumschränkt der Boss von Brock Lesnar. Brock Lesnar kann sagen, ja gut, dann macht euren Dreck alleine, dann bin ich raus. Wenn ihm irgendwas nicht passt. Wenn ihm irgendwas nicht passt und sagen, tschüss jetzt. Er hat ja immer nur kurze Verträge unterschrieben, er hat eine besondere Rolle und er hat Privilegien, die andere sich ja nicht herausnehmen können. Wenn Brock Lesnar sagt, mit Bray Wyatt mag ich kein WrestleMania-Match machen, den Typen mag ich nicht oder was auch immer, der der Grund dafür war, dann wird auf Brock Lesnar halt gehört, weil er halt eine Macht hat, die andere Leute nicht über ihn haben. Und diese selbe besondere Macht hat auch CM Punk in dem ganzen Businessmodell, wenn du dich darauf einlässt. Die Grundfrage hinter dem allen ist, willst du CM Punk an Bord, ja oder nein? Ich erinnere mich an dich, du hast gesagt, ich will, Tony soll CM Punk zurückbringen. Ja, aber du kannst CM Punk nicht anders machen, als er ist. CM Punk ist ein schwieriger Charakter. Man sagt dir, glaube ich, in Führungskreisen, ja, in BWE-Kreisen soll man dieses Wort steuerbar kursiert haben. Man will Stars, die steuerbar sind. Also nicht zu sehr exzentrisch, nicht zu sehr unkalkulierbar, nicht zu sehr irgendwas, also zumindest bis zu einem gewissen Punkt da erreicht haben. Stars, aber ein CM Punk ist, der lebt in seiner eigenen Welt. Und da hast du auch Parallelen dazu, wenn du in die Geschichte von BWE zurückblickst. Du hast einen Brock Lesnar, der kann bei BWE machen, der kann bei BWE de facto machen, was er will. Er hält sich halt manchmal auch anarchischer, aber natürlich anders als CM Punk. Du hattest in der Vergangenheit, wie Vince McMahon mit Shawn Michaels umgegangen ist. Shawn Michaels, dagegen ist hier im Punk ja Kindergarten, also an Shawn Michaels in frühen Tagen. Und ich meine, da hat Vince McMahon auch nie gesagt, ich bin der Boss, ich greife jetzt durch. Sondern der war in der Lage, immer in der Lage, zu diesem Zeitpunkt zu verwegen, ich will Shawn Michaels nicht verlieren. Ich kann Shawn Michaels nicht verlieren in diesem Zeitpunkt, in diesem Umfeld, in dem wir sind. WCW, WCW, Monday Night War, noch auf höchster Ebene und noch voll am Laufen. Und ich meine, da gab es eine Backstage-Brügelei zwischen Bret Hart und Shawn Michaels und Bret Hart reißt Shawn Michaels Haare aus. Haare aus und legt sie Vince McMahon auf den Tisch, für mich, die das nicht vor Augen haben. Und da gab es auch keine Konsequenzen gegen niemanden. Damals war der Unterschied, dass Shawn Michaels und Bret Hart halt jeweils im Ring gesagt haben, okay, die waren im Ring zueinander Profis und haben halt nicht den Schritt gemacht. So, okay, nee, wir gehen uns aus dem Weg, fuck you. Aber um ganz kurz. Das ist der Unterschied zu heute. Es ist ein Arrangement, was man da hat. Es ist ein Arrangement, dass Tony Khan und CM Punk da haben, unter der Maßgabe dessen, dass die Alternative dazu ist, Tony Khan wirft CM Punk raus. Andere Szenarien gibt es ja nicht. Und wenn CM Punk, wenn Tony Khan CM Punk rauswirft, ja, dann ist halt bei WWE vermutlich. Also WWE, gut, da kann man drüber diskutieren, ob das da vielleicht in die Luft fliegt oder ob dieses Arrangement in die Luft fliegt. Aber das ist ja, dass der Drohfinger den CM Punk da ja in dieser ganzen Diskussion ja immer wieder und immer wieder gezückt hat. Subtil oder weniger subtil. Und das ist die Lage. Da kannst du sagen, ja klar, okay, CM Punk, Tony Khan sollte da mehr Autorität zeigen, sollte da mehr durchgreifen. Aber da ist halt, dann ist CM Punk halt weg. Du hast jetzt gerade den Fall zum Beispiel mit Shawn Michaels, Bret Hart, skizziert. Was hat Vince McMahon gemacht? Der hat Bret Hart verarscht. Richtig hart verarscht. Aber er hat danach eine Verantwortung übernommen und hat sich von dem sogar aufs Maul hauen lassen. Backstage bei der Survivor Series 97. McMahon hat die Verantwortung übernommen. Wenn wir jetzt den ganzen Fall zurückgehen, an dem Abend, als Brawlout passiert ist, muss Tony Khan alle Menschen in einen Raum bringen. Und wenn er am Ende aufs Maul kriegt, das ist der einzige Weg, um das Ganze zu lösen. Weil was du jetzt hast, ist ein Zustand, der der Liga schädigt. Und wenn du einen Boss hast, der das in einem Jahr nicht gelöst kriegt, dann ist er in meinen Augen nicht in der Lage, die Leute auf Kurs zu bringen. Natürlich kann man sagen, CM Punk lässt sich nicht auf Kurs bringen und so weiter und so fort. Ja, wenn wir jetzt irgendwie nicht die Vorgeschichte hätten, die CM Punk bei WWE auch noch hat. Ich meine, es ist, ne? Also ich meine... Du musst halt, du musst als Chef trotzdem, du musst gewisse Regeln etablieren und musst zumindest irgendwann, wenn, wenn es, du kannst, klar, ich sag mal so, es gibt jetzt die Geschichte und das ist, das macht es halt bei Leibe nicht besser. Als CM Punk zurückgekommen ist, bei Collision, ist der Bericht einheitlich, als er an der Gorilla Position vorbeigegangen ist. Es ist Tony Khan aufgestanden, Kaffeebecher nach dem Headset auf und hat CM Punk gechantet. So, und da lass ich mir nicht sagen, oder da lass ich den Punkt nicht durchgehen, da ist CM Punk, ja, da ist CM Punk einfach, weil er so eigenwillig ist. Nein, da sehe ich auch bei Tony Khan ein mangelndes Vermögen, um Menschen auf Kurs zu bringen. Denn ja, Brock Lesnar zum Beispiel, klar hat der bei WWE viel Macht, das ist ein verdienter, aber warum? Weil auch ganz viele Jahre von Vince McMahon auf Kurs gehalten ist. Und Brock Lesnar, wenn er sich auch alles erlauben kann, würde, glaube ich, nicht bei Vince McMahon oder wem auch immer dann durchbringen, ja, übrigens, hier dein Head of Talent Relations und so weiter und so fort, die haben nicht bei den Shows und so weiter zu sein, sondern im Endeffekt, auch wenn... Das ist natürlich jetzt nochmal, ja genau, es ist halt natürlich ein anderes Machtverhältnis, also jedem ein besonders wagemutiges Verhältnis, dem Ganzen nicht nur als Star zu etablieren, sondern eben auch noch seine eigene Show de facto zu geben. Richtig, und mir geht es im Endeffekt darum, die Aufgabe von Tony Khan ist es, die Leute auf Linie zu bringen. Und wenn das nicht geht, dann geht es darum, trotzdem eine Lösung für den zwischenmenschlichen Konflikt zu finden, ohne dass die Liga im Image darunter leidet. Und wenn du schon irgendwie sagst, okay, CM Punk kriegt seine eigene Show und so weiter und so fort, das ist keine Entschuldigung dafür, dass dieser Ganze, dass das bis heute brodelt und nichts davon gelöst ist. Und da ist er in meinen Augen als Chef der Liga, als Kursgeber der Liga, und das will er auch sein, ist er in meinen Augen in der Pflicht. Okay, aber da sehe ich jetzt, da finde ich, verschiebst du zu, da hängst du das Ideelle zu hoch über das Praktische. Am Endeffekt ist Tony Khan dafür verantwortlich, dass diese Liga möglichst viel Geld verdient. Und wie wir jetzt ja auch gelernt haben, wenn an CM Punk die eine oder andere Million oder zig Millionen oder hunderte Millionen hängt in Bezug auf den neuen TV-Vertrag oder in Bezug auf die neuen TV-Verträge, also dann ist alles schön und gut von wegen, ja, Tony Khan muss sich mehr wie der Boss anfühlen, Tony Khan muss mehr durchgreifen, die Stimmung Backstage muss besser sein. Das sind ideelle Werte. Das, was dem gegenübersteht, ist Kohle. Ja, aber in dem Fall, wenn du sagst, okay, dann hängt es an CM Punk, dann muss er das die Elite so sagen. Dann muss er den klar machen, so Freunde, der bleibt jetzt aber, weil das ist der Mann, der uns die Millionen sichert. Ihr sprecht euch jetzt bitte mit dem aus und dann hört ihr bitte auf, mir das Skandale zu besorgen. Also wir drehen das jetzt die ganze Zeit in Richtung CM Punk, aber... Aber was ist der Skandal jetzt von der Elite? Was hat Hangman Page CM Punk geteilt? Nee, Hangman Page jetzt konkret nicht, aber wir reden zum Beispiel noch davon, dass die EVPs der Liga, Executive Vice Presidents, das sind quasi die Co-Bosse, den Dialog mit einem Mitarbeiter verweigern. Wo ich als Boss sagen kann, ihr in eurer Rolle, entweder ihr seid eure Rolle los und seid normale Mitarbeiter, dann könnt ihr das machen, oder ihr werdet eure Rolle gerecht. Sucht den Dialog, beziehungsweise sorgt zumindest dafür, dass es einen geregelten Ablauf gibt, der keine Skandale produziert, auch wenn ihr euch nicht mögt. Bei WWE mögen sich auch nicht alle Backstage. Aber das sorgt nicht für Skandale, es drängt auch nicht nach draußen so viel. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und auch da... Aber das ist wirklich der Punkt, das ist wirklich der Punkt. CM Punk lässt alles nach außen dringen. Letztlich. Das ist halt wirklich... Das ist wirklich der Unterschied zu der Vorgeschichte. Also du hast ja auch gehört, zwischen den EVPs, zwischen den EVPs, zwischen Omega und den Bugs, Cody Rhodes. Ja, dort... Ich meine, dort, das ist ja auch irgendwie etwas, was anfangs mal eine Freundschaft war. Die ist ja auch sehr kühl und distanziert geworden. Da scheint das auch ziemlich gescheppert zu haben mit den Kulissen. Aber man hat nichts von irgendwem nach außen dringen hat lassen. Das ist wirklich der Unterschied. CM Punk ist eine... Ist ein Charakter, der halt speziell ist und der halt auch vor allen Dingen diese besondere Unruhe auch die ganze Zeit hineinbringt. Diese Unruhe kommt nicht von The Elite. Da kannst du jetzt nicht die Schuld gleich verteilen. Nein, nein. Das ist in dem Fall... Nein, ich möchte auch nicht, dass es so klingt, als wäre es CM Punk der Unschuldsengel oder so. Nein. Er hat das Ganze jetzt frisch wieder nach draußen getragen, in der Zeit, in der selbst die Wrestling-Medien die Fresse gehalten haben. Auch das ist klar. Und... Gefühlt übrigens, glaube ich, das hängt sehr damit zusammen, dass er sich den Mund zugemacht hat in der Zeit, in der halt eben, in der halt wusste, okay, wenn er jetzt was Falsches sagt, dann vertreibt er vielleicht die Elite zu der Zeitpunkt, wo die Vertragssituation nicht geregelt war. In dem Moment, wo sie geregelt ist und dann halt irgendwie in der Pressemitteilung ein Satz steht, den CM Punk, der CM Punk wohl irgendwie was getan hat, so geführt von wegen Herz und Seele. Das war ja der Schlüsselmoment. Das war ja der Schlüsselsatz seiner Promo gegen Hangman Page, ne? Ja, ne? Da fragst ich auch, ne? Also darfst du dann sozusagen nicht mehr einen loben, ohne dass der andere das als Beleidigung auffasst, die er dann irgendwie kontern muss. Und immer wieder an Hangman Page auslassen, an dem armen Mensch, weil das der einzige ist, nach dem du aufgrund der juristischen Vereinbarung noch reden kannst, über den du noch reden kannst, aufgrund der juristischen Vereinbarung. In jedem Fall... Ja, es ist halt ein Riesen... Also nicht falsch verstehen, das ist alles ein riesengroßer Mess. Und den haben in erster Linie Tony Khan, haben sowohl CM Punk als auch Tony Khan zu verantworten. Letztinstantlich Tony Khan ist natürlich derjenige, der die Verantwortung dafür hat. Ich kritisiere dieses Modell. Ich finde es... Also ich... Wenn wir irgendwie am Ende des Tages in... Aber da warten müssen wir halt jetzt noch ein, zwei Jahre abwarten. Wenn am Ende des Tages die Rechnung präsentiert wird, war es das wert? Dieses... Diesen Start im Start da zu schaffen, der da jetzt Collision da ist... Also da kann... Da kann noch einiges schiefgehen. Und ja... Also für mich ist es nicht die Frage des Managements, des Managements des Day-to-Day-Operations, des Tagesgeschäfts. Für mich ist die entscheidende Frage, sollte man diesen... Hätte man diesen Start im Start wirklich so aufbauen sollen? Hätte das überhaupt... War das überhaupt an sich eine gute Idee? Und also da... Der Melzer sagt immer, the jury's out. Also... Da bin ich gespannt. CM Punk ist auf jeden Fall der... Das wollte ich noch sagen... Der natürlich die... Die... Die persönliche Zuneigung von Tony Khan am meisten ausnutzt. Also der natürlich auch die persönlichen Eigenschaften von Tony Khan, die Gutmütigkeit, dass das allen recht machen will. Er nutzt das am meisten aus. Zu seinem eigenen Vorteil. Und das muss man ganz klar benennen. Und dass das natürlich... CM Punk wäre der Erste, der gerade diesen ganzen Konflikt natürlich irgendwie noch mehr, ähm, wieder entschärfen könnte. Ich meine, ähm, im Endeffekt, die Story, die kursiert ist, im Endeffekt, er will reden und er möchte... Möchte eigentlich mit allen das Ganze klären und so weiter und so fort. Dann ist aber wieder... Aber ich sag mal so, behaupten kann das jeder. Ja. Das ist, äh... Behaupten kann das jeder. Da sind die Taten, da sind die... Sprechen die Taten für mich, die lautere Sprache. Aber er darf ja nicht. Die er da letzt wieder gesprochen, die er da jetzt wieder hat sprechen lassen. Also lassen in eine andere Richtung schließen. Also... Aber er... Er ist ein straßenschlauer Charakter. Also, und, äh, also der, äh, der auch weiß, äh, der öfter sich über die Wrestling-Medien beschwert, von wegen, was für ein Bild die zeichnen, aber der andererseits auch sehr selber sehr, sehr, sehr viel in die Öffentlichkeit mit der Öffentlichkeit spielt und mit der, mit der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit spielt und da sehr viel Steuerung einlegt, auch hinter den Kulissen. Das merkt man ja auch immer wieder. Klar. Wenn das heißt, äh, von wo kommen denn diese Zitate jetzt wieder her? Also... Aber in dem Fall kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass er den Dialog sucht, einfach weil er für sich einen Vorteil darin sieht, wenn es dieses Programm ins TV schafft. Und deswegen... Ich glaube auch prinzipiell, ja, schon. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er den Dialog sucht. Aber natürlich ist der Umstand, der jetzt gerade kursiert, mit jeder Forderung, mit jedem bockigen Kommentar quasi, wird das unrealistischer. Weil die Gegenseite, das ist halt dann meine, meine Kritik zumindest, dass, also wenn das normale Mitarbeiter wären, okay, aber dass die EVPs quasi den Dialog verweigern... Aber hier auch mal, hier auch mal die, äh, die Anmerkung. De facto sind es normale Mitarbeiter, weil diese ganze EVP-Rolle... Aber dann, warum haben sie denn den Titel? Es ist, sagen wir mal so, es ist eine... Unnötige Angriffsfläche. Unnötige Angriffsfläche. Warum? Und der Vertrag ist auch als EVP verlängert worden. Warum? Weil das Ganze halt, ja, weil das alles andere wie ein Statement gewirkt hätte. Im Sinne von, sorry, aber ihr müsst degradiert werden. Und ein Sieg für... Okay, aber wenn sie ihre Aufgabe als EVPs schon nicht erfüllen, weiß ich nicht, dann machst du es damit in dem Fall auch noch schlimmer. Das sind genau die kleinen Stellschrauben. Da finde ich, da muss ein Toni Kahn trotzdem dann sagen, okay, ich mach mich weiter für euch stark und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, äh, dann nicht mehr als EVPs oder wie auch immer, weil ihr de facto nicht mehr EVPs seid. Es braucht, das ist eigentlich der Punkt, auf den es, und dann können wir auch den Haken dran machen, es braucht einen Boomern bei AEWs. Es braucht einen, der sagt, brother, ist keine populäre Entscheidung für dich, aber that's the way we do it. Und egal, ob das, und das brauchst für Punk, das brauchst für die Elite, es braucht einen Boomern, der Entscheidungen trifft, die nicht 100% der Mitarbeitenden gefallen. Wenn du eine Liga nur danach führst, dass 100% glücklich sind und bei so einer Größe von AEWs, das kannst du bei 20 Mitarbeitern machen, aber nicht bei Hunderten. Und das ist halt, ähm, ja. Also glücklich, ich glaub, beim Thema alle glücklich machen, ist Toni Kahn auch nicht mehr vorne dabei. Nee, gar nicht. Das können wir jetzt aber auch, glaub ich, äh, ab diesem Fest stellen, das ist ja auch derdeutlich hörbar, ja. Schreibt uns gern eure Kunden. Aber andererseits, aber andererseits, er hat, er hat alle im Boot behalten, ne? Ich mein, ich sag mal so, das ist schon... Ja, aber jetzt frage ich halt auch, zu welchem Preis, ne? Genau, richtig, ja. Zu welchem Preis, ja. Aber ich sag mal so, ein diplomatisches Kunststück ist ihm da schon gelungen, in der Art und Weise. Und das, da stell ich mir schon die Frage, also da muss, da muss man sozusagen auch die andere Seite der Medaille sehen. Wäre das mit mehr Durchgreifen, mehr auf den Tisch hauen, hätte das auch geklappt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also das... Wenn du das Problem bei den Wurzeln direkt bei, wenn du es direkt bei Brawlout, bei All Out letztes Jahr anpackst, dann ja. Ja, und was nicht passieren darf, ist, dass das ewige Schweigen eintritt, sondern in dem, an dem Abend muss ich das direkt klären als Boss. An dem Abend muss ich die Pressekonferenz unterbrechen und so weiter und so fort. Aber das machen wir jetzt nicht alles nochmal auf. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir haben wahrscheinlich schon mehr aufgemacht als... Ja, wahrscheinlich. Der arme Jey Uso, ich glaube, der geht jetzt unter. Ja, Jey, bitte, jetzt, Block 3, jetzt ist es soweit. Jey Uso's WWE-Exit im nächsten Teil der Bloodlines-Saga. Hat er gesagt, der ist raus aus der Bloodline, aus SmackDown, aus WWE. Natürlich handelt es sich um eine Storyline. Wir wissen jetzt zwar nichts Genaues zum Vertrag von Jey Uso, nur wir wissen, dass er schlau genug ist, um WWE in dieser Phase nicht zu verlassen. Das lässt der rationale Menschenverstand beinahe gar nicht zu. Aber das war ja, Martin, auf jeden Fall nochmal ein Element, mit dem es WWE geschafft hat, diese Bloodline-Story an einem kritischen Punkt nochmal irgendwie produktiv voranzubringen, oder? Das ist irgendwie schon gelungen damit. Ja, das war, glaube ich, jetzt gerade ein nötiger Cut, weil ich glaube, also beim Summerslam war echt so ein gewisser Punkt, also der Summerslam-Main-Event ist in gewisser Weise misslungen. Und ich glaube, es tut der ganzen Sache jetzt gut, jetzt mal kurz, zumindest für einen gewissen Zeitraum von der Bloodline-Story wegzugehen, bevor sie sich mit Blick darauf, dass sie sich im neuen Jahr nochmal zuspitzt, einfach dann zu lange, bevor dieses Thema zu lange im eigenen Saft kocht. Ich glaube, da ist es nicht verkehrt, jetzt mal kurz einen Cut zu machen. Ich weiß nicht, wie lange er dauern wird, das muss man ja dann sehen. Ja genau, weil angenommen, der kommt jetzt einfach bei Payback zurück, das wäre ja dann schon irgendwie auch ein Letdown. Ja, das wäre ein bisschen kurz. Also man müsste ja eigentlich meinen, so vorwiegend im Herbst, wenn das nächste Saudi-Arabien-Event kommt, die nächste Survivor Series kommen, wo die Events kommen, die wieder interne höhere Gewichtungen haben, dass das eigentlich der Punkt ist, an dem sozusagen die ganze Sache wieder Fahrt aufnimmt. Aber Fahrt in welche Richtung ist auch die Frage. Richtig, richtig. Weil da ist auch wichtig, mal zu fragen, wo steht diese Geschichte und wie viel Potenzial hat die noch? Also angenommen, wir nehmen mal eine Prozentleiste, 100 Prozent ist alles auserzählt. Bei wie viel Prozent steht die Story? Wie viel ist denn da überhaupt noch? Also hast du ja mittlerweile wirklich in allen Konstellationen nahezu alles durchgespielt. Jetzt könntest du noch in Richtung Uso gegen Uso gehen. Ja, aber also so wahnsinnig viel, finde ich, bleibt da gar nicht mehr. Also ich würde, wenn ich das beziffern müsste, würde ich sagen, also die Story ist jetzt eigentlich zu 90 Prozent mal mindestens durch und die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, über die 100 hinauszuschießen und das zu überspannen, die ist real. Es ist, wir sind, also gefühlt bin ich auch irgendwo an einem Punkt, an dem ich sage, ja, also so Bloodline, innerhalb der Bloodline, ohne dass irgendwie noch ein Außenfaktor hineinkommt, noch ein Auswärtiger. Also da wird es langsam kritisch für mich, also dass sich alles nur noch irgendwie um die Blattline dreht. Und dieser Sidequest, Jay versus Jimmy Uso, ist auch ein Risiko für mich, weil Brüderfäden im Wrestling, Bret Hart versus Owen hat die große Ausnahme, aber immer ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt ja viele Versuche und viele Versuche, die irgendwie nicht so in die richtige Richtung gegangen sind. Vielleicht liegt es daran, dass man Brüder nicht so richtig abkauft, dass sie sich wirklich hassen. Maybe. Das ist vielleicht ein Problem mit der ganzen Geschichte. Und irgendwo gefühlt in der Art und Weise, wie diese ganze Jay versus Jimmy Story aufgemacht wurde, ist eigentlich ja schon wieder fast, also sozusagen, das Endgame ist ja eigentlich schon wieder da, also die Saat ist eigentlich schon wieder eher dafür gelegt worden, so wegen wann sie wieder zueinander finden. Ja. Und dann vielleicht als Babyface-Tag-Team nochmal durchstarten, ne? Aber, ja. Was ist denn dieses Endgame? Also siehst du, jetzt kann man spekulieren, ist das Endgame ein Fatal-Four-Way-Match? Ist das Endgame der Titelverlust von Roman Reigns gegen, ja, jemanden Externen? Aber, also was ist die Endstufe der Bloodline? Die Endstufe der Bloodline ist für mich das grobe Szenario, ähm, WrestleMania 40 Rückkampf gegen Cody Rhodes, Roman Reigns verliert die Titel gegen Cody Rhodes, äh, in irgendeiner Art und Weise, äh, das Imperium, das Imperium zerfällt und die Story, die danach, äh, sehr deutlicher Haupt erhebt ist, Roman Reigns vs. Solo Secure. Und, äh, ja, wie es dann weitergeht, mittelfristig, mittelfristig, ich meine, wie viel Zeit man noch, aber mittelfristig muss man halt auch wieder das Thema, wann ist, wann wird Roman Reigns wieder der ultimative Publikumslieb gehen? Ich meine, das, die Story ist ja auch noch da. Ja. Und, ähm, ja, das sind so die Stories, die, die noch hinter, hinter der ganzen Geschichte lauern. Aber, ja, wie viel Zeit man, wie viele, wie viele Wendungen die, die Bloodline-Story bis dahin noch drehen kann, also, ja, schwierig. Also, es ist, der Überdruss, er ist noch nicht da, aber, aber man sieht, man sieht die Saat sich legen, ja, und, äh, zumindest aus rein erzählerischer Sicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie es, wie es, wie es, wie es, wie es gerade geht, kannst du natürlich in Versuchung kommen, ja, gut, mach noch weiter, mach noch weiter, mach noch weiter, aber du musst den richtigen, also du musst den richtigen Absprung, Absprung, Absprungspunkt finden, ja. Wenn wir beim Thema Exit sind, schieben wir ganz kurz noch den Namen Edge rein, der ja bei SmackDown, äh, ein, ein, ja, Oho mit Glanz und Gloria erlebt hat, nochmal zum Schluss, das jetzt eine ganze Menge offen lässt, ähm, Vertrag laut ihm, war das sein letztes vertragliches Match, das kann heißen, dass der Vertrag jetzt zeitnah ausläuft, das kann heißen, dass der Vertrag demnächst ausläuft, das kann eine ganze Menge heißen. 30. September. 30. September mittlerweile, dass die, die fest, äh, kommuniziert ist, okay, guck, klar. Das hat, äh, Edge jetzt nochmal in so einem Auftritt hinterher, äh, in kanalischen Medien gesagt, ne, deswegen, äh, kein, kein, äh, All-in, All-out-Spekulation hier, aber, ähm, ja, genau. Dann wissen wir das und dann ist natürlich... Sagt, aber natürlich, äh, Edge hat ja auch schon mal, hat eine Vorgeschichte von Schwindeleien, aber, ähm, ja. In dem Fall vertragliche Schwindeleien sind immer ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Die Sache, die aber eigentlich das Spannende ist, tatsächlich in, innerhalb von AEW, und das ist ja das, was jetzt auch hier drüber schwebt, äh, innerhalb von AEW soll das als nicht so unrealistisch angesehen werden, äh, Edge hat Verbindungen zu nem Dex Howe, zu natürlich nem Christian Cage, ähm, auch zu den Hardys noch, also hat da einfach natürlich nochmal sehr viele, was sehr Frisches eigentlich für ihn, ne? Ja, bei WWE hatte man jetzt so das Gefühl, der kam zurück, hat eigentlich gemacht, was er machen wollte, aber, ja, es frisselte so gegen Ende einfach jetzt ein bisschen aus und dann ist jetzt einfach die Frage, traut, traut man Edge zu, dass er sich nochmal, komm, dieses letzte Stückchen, dann aber nicht bei WWE, aber mit nochmal frischen Ansätzen, ist er dafür nochmal bereit oder glauben wir, ne, das war jetzt wirklich der große Abschied, weil ich glaub, für den ganz großen Abschied, also, war, war wirklich, das war ein guter Abschied von WWE, aber es fühlte sich nicht an wie ein großer Abschied von, vom Wrestling, zumindest keiner, dem seiner Karriere gerecht werden würde. Weil, weil warum, warum ist er nicht mit dem Abschied, warum weiß er es noch nicht? Das ist allein schon die, das ist allein schon die vielsagende Sache, warum weiß er es jetzt noch nicht? Das hätte er, es wäre, wenn es wirklich der Abschied gewesen wäre, hätte er doch jetzt ne klare Ansage machen können und sagen können, ciao, das war's, macht's gut, hier, feiert mich nochmal zuletzt, ne? Sonst, ne, schade, schöner Abschluss ist ja immer die Hall of Fame Zeremonie, aber die hat er ja schon hinter sich, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen komisch, aber ja, ähm, ja, das wär's gewesen, aber, ähm, er wackelt, er weiß nicht, was er tun will, ich glaub, ihn juckt's und, äh, wenn man sich das Match gegen Sheamus anschaut, merkt man ja, also, der hat noch was im Tank, einiges sogar, ja, und, ähm, wenn man sich anschaut, gerade auch, was bei AEW Christian Cage macht, weiß man ja, wo die Reise hingehen könnte für ihn, äh, der hat den, Christian Cage hat einen sehr schönen Übergang gefunden von aktiv zu, von aktiver Charakter zu passiver Charakter und... Zu Champion, der gar kein Champion ist. Ja, wenn er gar kein, ja, ja, auch wenn er gar kein Champion ist, ne? Also, äh, das ist gut und ich mein, dieses, äh, da liegt eine attraktive Option für Edge auf dem Tisch im Vergleich dazu, was, ja, also bei, ja, bei WWE, du hast es gesagt, es hat sich auserzählt, es hat sich irgendwie so ausgedreht, ne? Ja, die alle, alle schönen Optionen sind durchgespielt, bis auf vielleicht eben dieser Champion-Titel-Run, ähm, bei AEW liegt einiges Frisches, läge einiges Frisches für ihn auf den Tisch und man, wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, was für ein Mindset er hat, er, er schaut nach außen, er ist ja kein Typ, der, nicht der Typ WWE-Star, der sagt, ja, für mich gibt's nur WWE und alles andere ist unter meiner Würde, nein. Also, wenn man sich irgendwie, gerade heute hab ich so einen Tweet gelesen, der mich daran erinnert hat, dass, äh, Ähm, Edge, Adam Copeland zwischen seinen beiden WWE-Runs zwischendurch mal ganz aufgehört hat, mit dem Wrestling, Wrestling sich anzuschauen und was ihn wieder dahin gebracht hat, war, ah, schöne Matches zwischen Kenny Omega und Katsika Okada, ähm, also der Mann schaut über den Tellerrand und, äh, der wird das überlegen und das ist natürlich eine attraktive Option, die auf dem Tisch liegt, also er könnte da ja einiges, einiges tun mit diesen ganzen, mit seinen Freunden, mit dem, er könnte diesen, ja, MJF, Kenny Omega, Adam Cole, Tag Team, Tag Team-Konsel, also mit Christian Cage gegen FTA, also was für ein Traum, ne, also, will er es oder will er es nicht, es ist auf jeden Fall eine Option, die auf dem Tisch liegt und vielleicht ist die entscheidend, alles entscheidende Frage, weil das Gerücht hat man ja schon vor ein paar Monaten durch gehört, dass er gern noch diesen letzten Run mit Christian Cage als Tag Team hätte und, äh, da ist dann die Frage, wann läuft Christian Cage AEW-Vertrag aus und, äh, was, ja, treffen die eine gemeinsame Entscheidung, so wie die Elite eine gemeinsame Entscheidung betroffen hat, das ist vielleicht die Frage, das ist vielleicht die, das ist vielleicht die Frage, die es dann beantworten wird, ja. Ja. Ich, äh, wäre offen für den Gedanken und wenn AEW die Chance hat, Edge für, keine Ahnung, wenn das nur ein Vertrag für ein Jahr ist oder so, äh, oder zwei Jahre, do it, also, ganz ehrlich und danach, frag mal Leute wie Paul White oder Mark Henry, die wissen wahrscheinlich gar nicht, warum so bezahlt werden, aber Fakt ist, sie werden bezahlt und haben eigentlich eine gute Zeit, äh, wenn, wenn Edge da vielleicht noch ein bisschen Lust hat, ähm, dann, dann kann er sich auch da hinter den Kulissen noch mithelfen und, ja, aber wie gesagt, es fühlte sich jetzt nicht an wie der große Abschied vom Wrestling und du hast schon gesagt, irgendwas in ihm wackelt und wirft Fragen auf und ich glaube, das, was Fragen auswirft, besteht aus drei Buchstaben, nennt sich AEW und deswegen mal gucken. Wenn Tony Khan die Möglichkeit hat, einen Edge, der noch liefern kann, zu verpflichten, dann, finde ich, spricht da nicht viel in dem Fall dagegen. Er wird ihm sicherlich mit einem ähnlichen Geld bewerfen können und, äh, das ist auch die Frage, ne, so für wegen, also, wie viel ein Edge, ein Fünfte, in seinem Alter, dem er ist, wie viele Optionen hat er, hat Edge noch, hat Adam Copeland noch, äh, mehrere Millionen Dollar im Jahr. WWE würde ihm bestimmt auch einen Legendenvertrag anbieten, also, ich glaube, WWE geht nicht ohne Angebot in die Sache, sondern. Das, das ganz gewiss, aber, ich weiß nicht, ich kenne die, also, die Verträge für Legenden. Der Undertaker zehn Jahre, bisschen Auftritte, wenn er Bock hat, einen eigenen Podcast und sicher noch die ein oder andere Million nebenbei, also, WWE ist, glaube ich, da schon bei verdienten Legenden nett. Schon, aber gerade, gerade beim Thema Legenden an sich binden, hat, äh, hat's ja die, eben, Paul White, McHenry, Christian Cage, muss man schauen, also, aber, ja, also, das ist, das ist, wird eine trickige Frage für WWE, wie viel einem das wert ist noch mit Edge, weil einerseits sozusagen, ne, so viel hat er bei, ja, wie viel Gegenwert, was ist der, was ist Edge noch liefern kann, jetzt, wo er wirklich ja echt noch sozusagen seine Geschichte eigentlich zu Ende erzählt hat, im Ring. Schauen wir aber. Was kann er da noch liefern, ne, und wie viel ist einem das wert, was dann sozusagen, ja, die, was halt der Faktor ist, so fing, ja, okay, macht Edge einen eigenen Podcast und er ist nicht bei, ey, dann, wie viele Millionen ist einem das wert? Spannende Frage. Schreibt uns in die Kommentare, wo ihr Edge sehen wollt, ob ihr ihn überhaupt noch sehen wollt oder ob ihr sagt, nein, reicht, äh, der Mann ist alt, er soll sich zur Ruhe setzen, wir sind gespannt auf eure Kommentare. Kommen damit zu unserer kurzen, knackigen Wochenvorschau und dann schließen wir ab mit euren Hörerfragen. Wir haben die Go-Home-Woche von AEW, äh, in Richtung All-In, wir haben Dynamite und Collision, das wird zeitgleich getapet, tatsächlich, ähm, das wird beides am Mittwoch getapet, Rampage wurde jetzt im Rahmen, äh, von Collision, meine ich, schon getapet, beziehungsweise, äh, ja, ist auf jeden Fall auch schon durch für jetzt die, äh, laufende Woche, da, äh, erspare ich euch die Vorschau, aber ist nicht so wirklich relevant. Dynamite und Collision, gucken wir drauf, äh, wir sind in der Gas South Arena in Dollhouse, Georgia, wir haben also das dicke Doppeltaping, Go-Home-Shows für Wembley, etwas mehr als 4000 Tickets sind verkauft, angekündigt für Dynamite, John Moxley gegen Ray Phoenix, Ozzy Open gegen die Hardys, Kenny Omega und die Young Bucks gegen Juice Robinson und die Guns, MJF und Adam Cole Interview, Swerve und A.R. Fox gegen Darby, Allen und Nick Wayne, Ruby Soho gegen Sky Blue, Jack Perry retired in FTW-Titel und ein Face-to-Face-Interview von FTA mit den Young Bucks. Das ist für Dynamite angekündigt und für Collision haben wir ein All-Star-8-Man-Tag-Team-Match, ein AEW-All-In-All-Star-8-Man-Tag-Team-Match und Interviews mit Stars, die in London auftreten werden. Das sind die beiden, ähm, ja, Go-Home-Shows, von denen du dir, Martin, äh, was erwartest? Wird es da nochmal den großen Curveball, die große Überraschung geben oder wird man das einfach nur, äh, so gutes einem unter den aktuellen Umständen Mögliches irgendwie jetzt einfach ins Ziel buxieren? Ich erwarte, äh, erwarte keine große Überraschung mehr, ich denke. Äh, die Überraschungen werden bei All-Income und, äh, da bin ich gespannt. Dann haben wir noch Raw. Ich glaube, da wird, der eine oder andere Saat wird noch gelegt, vielleicht wird noch für Zero Hour noch auch was angesetzt. Oder All-Out. Für All-Out, genau, ja. Dann haben wir Raw im, äh, Center Videotron in, äh, Quebec, Canada. 11.000 Tickets sind weg. Angekündigt sind Chad Gable gegen Gunther Intercontinental Championship und New Day gegen Drew McIntyre und Matt Riddle und SmackDown findet in dieser Woche statt im KFC Yum! Center Louisville, Kentucky. Wir haben 7.600 Tickets, die verkauft sind und, äh, Jimmy Uso wird da sein und wir kriegen Ray Mysterio gegen Grayson Waller. Das sind, äh, die Ankündigungen und damit hätten wir die Wochenvorschau soweit abgehakt. Wie wichtig wird WWE diese Woche? Glaubst du, die werden irgendwas machen, um den Fokus auf sich zu ziehen? Noch eine ganz fette Pressemeldung für WrestleMania 40 oder, äh, mit Zuschauern, oder glaubst du, die sagen, ja, nee, weil Payback ist ja auch, äh, nächste Woche. Und dafür gibt's, glaub ich, mit Trish Stratus gegen, ähm, Becky Lynch stand jetzt ein Match, äh, noch ein paar weitere auf den Weg gebracht und so, Seth gegen Nakamura und so weiter und so fort, aber, äh, ja, wird man sich von AEW irgendwie ablenken lassen? Wird man einfach seinen Stiefel durchziehen oder wird man sogar versuchen, mit irgendwas Aufmerksamkeit zu ziehen? Normal schon, aber ich wusste nicht, grad weiß ich nicht mit was, ich kann's eigentlich gerade nicht so richtig ablesen, ja. Aber normal wäre das, wäre das ja eigentlich die, wäre das, ist das das typische, typische Verhalten von WWE, noch irgendwas aus dem Hut zu zaubern, was das Gespräch, das Gespräch auf sich lenkt, ja. Mhm, gucken wir mal. Wir haben eure Hörerfragen, selbstverständlich wollen wir auch die jetzt noch beantworten und fangen an mit Luke Riddle, der schreibt uns, hallo Martin, hallo Tobi, erstmal ein schönes Wochenende, hoffe euch geht's gut. Meine Frage, verfolgt ihr deutsches Wrestling aktiv oder nur nebenbei? Falls ersteres eintreffen sollte, wen könntet ihr euch gut bei WWE AW vorstellen? Danke für eure tolle Arbeit. Ja, Sebastian Hackel, sobald er bei WXW durch ist, wie wär's denn mit einem WWE- oder AW-Vertrag? Der erste Kommentator, der seine eigenen Matches kommentiert. Nein, ähm, Martin, wie sieht's bei dir aus mit deutschem Wrestling? Da muss ich sagen, das lässt meine berufliche und familiäre Situation nicht so ganz zu, dass ich das wirklich, dass ich den Aufwand auch noch betreiben kann, das deutsche Wrestling aktiv zu verfolgen über halt das News-Geschehen hinaus. Aber, ja, ja, wen kann man da nennen? Aber ich sag mal so, die Vergangenheit zeigt, unterschätzt die Deutschen, unterschätzt die, unterschätzt nicht die Wertschätzung, die WWE, die WWE, das WWE-Netzwerk, das AEW-Netzwerk für deutsches, deutschsprachiges Wrestling hat. Die Vergangenheit hat gezeigt, unsere Jungs können hier auf ein Weltklasseniveau kommen. Auf jeden Fall. Ja, also, ich glaube, ich verfolge die deutsche Szene, würde sagen, das ist alles ein, nicht Vakuum, aber das steht da alles so auf seinem aktuellen Niveau. Die, die was machen, machen das, was sie präsentieren, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber das, ja, wabert alles so ein bisschen vor sich hin. Du hast so ein paar Leute, die in meinen Augen rausstechen, Peter Tihani, der sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten weiter etabliert hat. Ein Axel Tischer, der, finde ich, ein tolles Comeback hingelegt hat. Ja, so die üblichen Verdächtigen, aber jetzt irgendwie einen konkreten Namen, der den ganz, ganz großen Sprung schafft. Also, finde ich, ist jetzt noch nicht irgendwie der Fall, dass sich das ganz, ganz eindeutig aufdrängt. Aber die Szene ist in keinem miesen Zustand. Dafür gibt es noch zu viele Talente, die auch Bock haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das bedingungslos floriert und sprudelt, sage ich mal. Gehen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Aloha. Hallo, ich kann verstehen, dass AEW mit Punk aufgrund des hochdatierten Vertrags eigentlich gar keine andere Wahl hat, als diesen auch irgendwie einzusetzen. Allerdings sehe ich die ganzen von ihm ausgehenden Spitzen gegen die anderen eher mit Sorge und kann mir nicht vorstellen, dass dies auf Dauer gut geht. Aus Sicht von Tony Khan sollte er den Vertrag auslaufen lassen und noch mitnehmen, was geht. Wie lange läuft sein Vertrag eigentlich noch und was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, unsere Meinung, Martin, die haben wir kundgetan. Und die ganz konkrete Vertragslänge ist, glaube ich, nicht hundertprozentig klar, zumal ja auch lange verletzt. Das kann auf den Vertrag nochmal aufgeschlagen werden. Aber Dave Meltzer meinte wohl zuletzt noch Jahre. Also wir reden von mindestens zwei Jahren, die das Ganze wohl noch laufen dürfte. Ja. Und ja, meine Sorge habe ich ja auch angebracht. Aber man sieht, dass die Idee ist, das weiterlaufen zu lassen. Also ich meine, wie viel ... Naja, die Idee ist, das weiter ausreizen, das ausreizen zu lassen und ob es gut geht. Ob der Nutzen am Ende größer ist als der Schaden, muss man dann sehen. Dann schauen wir in die nächste Frage von Jojo. Könnt ihr mir erklären, warum Don Callis gegen Kenny Omega geturnt ist? Ich erinnere mich bei seiner Erklärungspromo, dass er auf seine Narbe gezeigt hat. Dies hat ihm jedoch Moxley indirekt zugefügt. Ich blicke da nicht durch. Ganz liebe Grüße. Das ist schon mal nicht gut, wenn der Zuschauer die Storyline nicht verstanden hat. Aber nicht am Zuschauer, sondern finde ich, liegt immer erstmal an der Storyline. Die aber in dem Fall, Martin ja auf jeden Fall da ist. Weil im Endeffekt Don Callis und Kenny Omega ... Don Callis war der, der Kenny Omega, Chris Jericho mehr oder weniger ein bisschen zusammengeführt hat. Das war der Ursprung von All-In. Das war der Ursprung von AEW. Und das ist der Grund, warum wir vielleicht heute auch ein Stück weit hier stehen. Also riesige, riesige, riesige Geschichte. Ja, hat man aber im TV dann demnach nicht klar ersichtlich für alle erklärt? Oder was liest du aus der Fragestellung ab? Gut, das ist alte Medienregel, dass sie etwas nicht gesehen haben, heißt nicht, dass wir es nicht gesendet haben. Aber ja, was kann man da so zu sagen? Also es ist klar, die übergeordnete Geschichte ist sozusagen, dass Don Callis zwei langjährige und familiäre Verbindungen zu zwei Kollegen hat. Nämlich zu Don Callis, äh, zu Kenny Omega und zu Chris Jericho. Die Verbindungen, die jeweils bis in die 90er Jahre zurückgehen, im Fall von Kenny Omega, bis eine familiäre Situation, dass er ja ... Ja, das ist der, nee, der Golden Sheik, der Onkel von Kenny Omega. Das ist der richtige Onkel. War sein Manager oder er war sein Manager? Das habe ich jetzt gerade nicht parat, aber auf jeden Fall, ja. Da gibt es eine tiefe persönliche, tiefe persönliche Verbindung und, ähm, ja, man ist an den Punkt gekommen, an dem Don Callis sagt, diese Familie, diese familiäre Verbindung ist verraten worden von Kenny Omega auf die ein oder andere Weise, was man, ja, natürlich ein bisschen konstruiert ist, aber generell ist ja die Geschichte, ne, die Revolution frisst ihre Kinder. Äh, Don Callis hat genug von Chris, von Kenny Omega und Chris Jericho und er zieht jetzt seine zwei neuen Zöglinge hoch, nämlich Konosuke, Takeshi, Takeshi und Will Ospreay. Das ist, glaube ich, die grobe Zusammenfassung. Klaus hat uns geschrieben, hallo Tobi, hallo Martin, unser Ringgeneral Walter ist, äh, auf dem Weg, den Rekord als längster IC-Champion zu erlangen. Wie lange, denkt ihr, wird seine Regentschaft noch dauern und wer wird ihn entthronen können? Und ist er vielleicht ein Kandidat für den Rumble 2024? Lieber Klaus, ich lege dir unser Prediction-Video 2024, äh, ans Herz, was du mittlerweile auch hören kannst. Das kam am Sonntag raus, wobei als Supporter auf Patreon konntest du es auch, glaube ich, schon seit über einer Woche hören. Äh, hör da auf jeden Fall rein, da haben wir nämlich genau über sowas gesprochen. Ähm, und um meine Antwort, äh, Kurzzeiten, also ich, äh, glaube, dass mit Gunther der, der IC-Title-Rain, äh, wird dann sein Ende finden, einfach weil er in Richtung Main-Event eigentlich prädestiniert ist als, als Challenger auch für den, ähm, für den World Heavyweight-Title, mal mindestens. Und ich glaube, man wird ihn dann hochziehen, sobald man das, äh, den Bedarf nach einem sehr starken Heal hat, der einfach da nochmal einen frischen Wind reinbringt. Und das kann ich mir vorstellen. Wer entthront ihn? Ja, Ludwig Kaiser wäre eine sehr schöne Lösung, weil es einfach innerhalb von Imperium wäre und es wäre in meinen Augen eine Lösung mit viel Storyline-Potenzial und ist Walter vielleicht ein Kandidat für den Rumble 24. Ich, äh, halte das nicht für abwegig. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich, äh, in Richtung Universal-Title halte ich heute Roman Reigns vs. Cody Rhodes für gesetzt. Aber das heißt ja nicht, dass er den Rumble gewinnen muss jetzt nach der neuesten. Das wäre gut für Cody, glaube ich. Nachdem es jetzt wieder zwei Titelgürtel gibt, äh, von daher, ähm, ja, kann man, kann man, kann man in Erwägung ziehen. Vielleicht, äh, ist, vielleicht ist Gunther das Endgame für Seth Rollins, kann man, das wäre vielleicht eine, das wäre vielleicht sicherlich eine Variante, eine von mehreren möglichen Varianten. Ähm, ansonsten, ja, wer könnte ihn denn drohnen? Puh, gute Frage. Ich sehe es noch nicht so, ich sehe es noch nicht so, ich sehe es noch nicht so, ich sehe noch nicht, ob, äh, ob, äh, ob Ludwig Kaiser, ob Ludwig Kaiser da hoch genug eingeschätzt wird von, 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 wie, um sozusagen diese, diese, diese Ehre da, ähm, ähm, um diese Ehre zu bekommen. Ilya Dragunov gäbe es von NXT gegebenenfalls noch, der hat. Ilya Dragunov wäre natürlich auch eine Idee, aber das, vielleicht denken wir hier zu deutsch, vielleicht, äh, vielleicht geht die WWE nicht so tief in unsere deutsche Perspektive hinein, sondern denkt sich doch vielleicht an eine externe, denkt vielleicht doch an eine externe Kraft, die diesen Titel irgendwann bekommen wollte und diesen, diesen Schub bekommen sollte. Das kann ich nicht, ehrlich gesagt, jetzt nicht, nicht seriös voraussehen, ähm, ja, aber auf jeden Fall sehe ich ihn, ich glaube schon, ich, ich, ich schätze, WWE hat es auf dem Set. Und gerade in Triple H, dass dieser Honky Tonk Man Rekord mal fällig ist und ich, das wäre ja auch wirklich eine schöne Variante. Und, äh, danach, äh, wird auf jeden Fall sicher er mal im noch höheren World Title Bereich ausprobiert, ja. Der Bernie hat uns gefragt, wo kann ich All-In streamen? Fight YouTube gibt's schon Infos und Preise. Du kannst als AEW Plus Abonnent auf Fight 20% günstiger, AEW All-In, äh, schauen auf Fight. Ähm, das Event dürfte auch wieder als YouTube Pay-Per-View, äh, angegeben werden. Sky hab ich jetzt zumindest noch nichts gesehen, sollten, wenn's ein normaler Pay-Per-View ist, das Ganze aber auch übertragen, äh, und das sind eigentlich die, die wichtigsten Optionen für dich als europäischen Zuschauer. Also, ich hab's eigentlich immer über Fight geschaut, jetzt in dem Fall, äh, ja, schau ich's mit meinen eigenen beiden Augen vor Ort, aber wenn du streamen möchtest, äh, Fight oder YouTube Pay-Per-View sind eigentlich die beiden Optionen. Ich glaub, Fight dürfte am günstigsten sein, weil du die 20% mit AEW Plus mit dem Abo kriegen dürftest und da kommst du für den Pay-Per-View an sich am besten weg. Ja, dem hab ich nichts hinzuzufügen. Dann haben wir Fabian, der schreibt, ein heißer Sommer dieses Jahr, fast täglich neue Schlagzeilen um Punk und jetzt auch noch die Verhaftung von Cash Wheeler. Das wird wohl für All-In bedeuten, dass das Match zu All-Out rutscht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er während der laufenden Untersuchung das Land verlassen darf. Jetzt meine Frage, werden Cole und MJF sich die Ring-of-On-Attack-Team-Titel sichern? Oh, das war eine unvorhergesehene Wendung in der Frage, äh, weil ich, zum ersten Teil würde ich nämlich sagen, ja, hör dir nochmal vielleicht den Start an. Ich glaube, das wird schon bei All-In, wenn's gut geht, stattfinden. Und das ist auch der Plan, vor allem dann einfach in einer Woche zu verschieben. Also wenn's ausfällt, dann fällt's aus. Dann schiebt man's auch nicht auf All-Out oder so. So, und werden sich Adam Cole und MJF die Ring-of-On-Attack-Team-Titel sichern? Das hängt von der Storyline ab. Wenn man den Turn von Adam Cole oder MJF inszenieren möchte, ist das eine gute Gelegenheit. Wenn man direkt mit einem Wohlfühl-Moment in diese Show rein starten möchte, weil's den vielleicht am Ende der Show nicht so klar gibt, kann auch einen Titel gewinnen, der beiden in Perspektive rutschen, ne? Schwer vorstellbar, aber irgendwo, wie das, ja, es wäre sehr WWE, ich sag jetzt mal, ne, sozusagen die Tag-Team, die Tag-Team-Champions von der Eigenmarke Rage da jetzt dafür zu opfern. Das ist eigentlich nicht der Stil von AEW, von daher, ich rechne nicht damit, aber vielleicht werde ich überrascht. Gucken wir mal. Haben wir noch die Frage von Tom. Hallo Tobi, hallo Martin, ich hoffe, es geht euch gut, da ich in der AEW-Thematik nicht drin bin. Und zwar soll im September der Verkauf von WWE & Endeavor finalisiert werden. Darin wird auch oft von Kürzungen gesprochen. Gibt es Infos, was damit geplant ist? Kann man eigentlich sehr kurz machen. Das Unternehmen, also Unternehmen werden zusammengelegt. Das hat in erster Linie bei den, ja, Mitarbeitern im Büro, glaube ich. Also du brauchst dann nicht zwei Menschen oder nicht zwei Leute, die genau die gleiche Aufgabe bei Logistik oder so erfüllen oder andere Planung. Da rutscht einfach, da werden Personalstellen wohl gekürzt werden, die sich überschneiden, die gedoppelt sind. Und da wird man sich, ja, wird man wahrscheinlich sich dann für eine Person entscheiden oder für eine Personengruppe entscheiden und nicht jede Abteilung doppelt besetzen. Schätze ich mal. Genau. Ja, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wie wird die Macht innerhalb dieser neuen Unternehmensstruktur verteilt und auf welche Schultern wird sie verteilt. Da kann sich einiges ändern in Bezug auf WWE. Da sind Leute, die sich auskennen mit solchen Unternehmensneugründungen, haben da WWE Alteingesetzte schon vorgewarnt. Also da kann, das ist spannend, was da passieren wird und welche Visionen Ari Emanuel als der jetzt mächtigere Mann als Vince McMahon da hat und wie er sie umsetzt und wie das begleitet wird. Spannende Sache. Aber da kann man noch nicht viel voraussehen. Dann haben wir noch die Frage von Bloodborne. Hallo Tobi, hallo Martin, ich hatte vor der Rückkehr von CM Punk schon einige Bauchschmerzen. Hoffe, AEW wird in Zukunft keinen Schaden durch ihn nehmen. Es sind viele Gerüchte im Umlauf und es nimmt mir leider etwas den Spaß am Produkt. Meine Frage zu Punk und Tony Khan, kann es sein, dass Tony Khan die Hände bei der Personalie Punk gebunden sind, weil Warner ihn unbedingt in den Shows beziehungsweise Collision haben will? Mich würde eure Einschätzung sehr interessieren. Wir haben es vorhin schon angeschnitten, Martin. Dann vielleicht nochmal der Punkt, ja, der Sender will Punk zurück. Das war ja Gegenstand der Berichterstattung, auch vor dem Collision-Debüt. Ist das etwas, wo man dann auch als Tony Khan sagen muss, okay, das muss meine Entscheidung, meinen Umgang, vielleicht auch mit Die Elite, beeinflussen? Wenn der Sender das möchte, muss ich das darauf ausrichten, auf CM Punk, ob er sich gut verhält oder nicht? Ja und nein, an sich ja. Aber andererseits so sehr, also Hände gebunden ist zu viel gesagt, weil so ist es nicht. Also am Ende des Tages, hieß es ja auch schon in Bezug auf Collision, dass diese Show auch mit oder ohne es hier im Punk letztlich stattgefunden hätte, weil einfach das Interesse von Warner da war, okay, wir brauchen etwas, was uns diese TV-Zeit da füllt. Und von daher, also nein, die Verantwortung kann man nicht an Warner auslagern. Nein, das ist eine Tobi Khan Verantwortung. Die letzte Frage kommt von An-Q. Er hat uns geschrieben, hallo Tobi, hallo Martin, meine Freunde und ich sind nächsten Sonntag in London und ich versuche sie seit Wochen für All-In zu motivieren, was beim Booking der letzten Wochen ganz schön herausfordernd ist. Bisher zog das Argument, dass vielleicht Falling in Reverse bei Soraya's Entrance auftreten könnte. Haltet ihr das für realistisch und wie schätzt ihr allgemein die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Show durch Special Entrances, außergewöhnliche Inszenierung und im überraschenden Debüt mehr Glamour-Faktor verliehen wird? Also, was jetzt die große Inszenierung angeht, der aktuelle Hallenplan sieht wirklich keine Bühne vor. Also der aktuelle Hallenplan sieht wirklich, wenn dann nur einen ganz kleinen Eingangsbereich vor. Also eine WrestleMania-Bühne sollte da jetzt bei All-In keiner erwarten und auch was die große Inszenierung angeht, also da tue ich mich tatsächlich noch ein bisschen mit schwer. Ich glaube, es wird halt ein Wrestling-Ring inmitten von 80.000 und das ist die Attraktion. Ich glaube, nicht die krassen Special Entrances wären das. Vielleicht wird Chris Jericho sich selber zum Ring singen mit einem großen Fossi-Konzert. Vielleicht kommt Soraya mit dem eigenen Konzert. Aber ich glaube tatsächlich, so Live-Acts der Musik wird schon das höchste der Gefühle sein. Aber sonst würde ich jetzt nicht zu viel Glanz und Gloria erwarten, Martin. Es wird nicht so pompös wie bei WWE. Das kann man sehen. Aber andererseits natürlich hat sich AEW auch immer was einfallen lassen. Man muss auch bedenken, auch WWE hat bei NXT sich immer Sachen einfallen lassen, wo ja auch nicht die ganz große WrestleMania-Bühne da war. Also von daher, man kann sich schon Sachen erwarten, aber wie hoch die Erwartung man ansetzen sollte, ist die andere Frage. Und damit sind wir durch. Das war ein neuer, frischer Hauptkampf, den wir für euch 90 Minuten lang bestritten haben. Mit dem wir euch in diese bedeutungsschwere Woche schicken, vor allem für All Elite Wrestling. Und bei dem wir, glaube ich, viele Themen aufgemacht haben, vieles lebhaft diskutiert haben. Bei dem uns natürlich auch eure Meinung interessiert. Schreibt uns unbedingt auf Spotify, auf iTunes oder auf YouTube in die Kommentare, wie ihr zu den Themen jeweils steht. Lasst uns als Community miteinander interagieren. Und lasst uns auf diese Wrestling-Woche gemeinsam schauen. Wir sind, wie gesagt, am Start für euch mit der All-In-Preview. Natürlich auch die normalen WWE-Reviews gibt es. Wir werden uns melden mit der Dynamite-Review. Der TJ und ich, wir werden am Sonntag ein Lager-Update machen aus London. Also keine richtige Collision-Review, so ein bisschen. Aber da werden wir euch alle mal auf den Stand bringen, gemeinsam aus dem Hotelzimmer. Und dann gibt es kommende Woche Montagabend, wenn wir wieder gelandet sind, gibt es die große Live-Review zu AEW All-In. Und dafür entfällt dann auch der Hauptkampf. Ausnahmsweise, ich denke, 80.000 und Wembley, das ist mal ein Grund, um da die Review vorzuschieben. In diesem Sinne, Martin, ich überlasse dir die Schlussworte. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören, bedanke mich bei dir vor allem auch für die Zeit. Und wünsche euch eine schöne Restwoche. Und du hast die Schlussworte. GW! Leute, viel Spaß. Es werden coole Wrestling-Wochen. Genießt es. Ciao! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR